Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Fast genau fünf Jahre nach dem alles andere als unumstrittenen Ende von Game of Thrones haben sich manche Fans dann vielleicht doch gefragt, wo sind eigentlich die beiden Showrunner geblieben? Ja, bei Netflix sind sie gelandet. Exklusiv präsentieren sie nun hier ihre neue Produktion, die da heißt Three-Body-Problem. Das Ganze auch wieder als Serie, acht Episoden an der Zahl, wieder basierend auf einer Buchvorlage, die als unverfilmbar gilt oder galt, je nachdem. Wir haben die Möglichkeit gehabt, das Ganze schon vorab zu sehen. Alle acht Episoden wurden uns zur Verfügung gestellt und mit uns meine ich nicht nur mich, hallo, ich bin der Dom, sondern auch zum einen ein Sex-Fiction-Erprobter-Hörbuch-Fan hier beim Tele-Stammtisch und glaube ich auch Hörspiele, vor allem auch zu dieser Buchreihe machen wir es kurz. Die Britt-Marie ist hier. Hallo zusammen. Und zum anderen jemand, der auch gerne Serien bespricht. Ich glaube, bei House of the Dragon warst du auch dabei. Ihr wart da beide dabei, egal. Moin Sven in die Pfalz. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir hatten das Privileg, alles vorab sehen zu dürfen. Ab dem 21. März auch für Normalsterbliche verfügbar. Eine sehr aufwendige Netflix-Produktion, haben wirklich ordentlich Geld in die Hand genommen. Es ist die Rede von 160 Millionen nur für die erste Staffel. Das macht dann ja so pro Folge, Pi mal Daumen, 20 Millionen. Eine, ja, durchaus prominente Buchvorlage, die auch schon sehr, sehr lange irgendwie in der Vorproduktionshölle von Hollywood geschlummert hat, immer mal wieder durch verschiedene Hände gegangen ist. Aber vielleicht kommen wir erst mal da zu Britt-Marie. Du kennst ja so am besten die Buchvorlage oder auch die Hörspiele dazu. Klär uns doch mal auf, worum geht es ungefähr in Three-Body-Problem? Oh Gott, das ist eine von diesen, bitte drei Sätze und nicht mehr. Es geht um, oh Gott. Lese am besten die offizielle Synopsis von Netflix vor, die ist kurz und knapp. Ja, bitte, bitte, hilf mir. Also, ich lese mal schnell vor. Über Kontinente und Jahrzehnte hinweg entdecken fünf brillante Freundinnen Unglaubliches, während sich die Naturgesetze auflösen und eine existenzielle Bedrohung bevorsteht. Okay, hätte ich diese Synopsis gelesen, hätte ich die Serie wahrscheinlich nicht geguckt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Das ist schon sehr, sehr vage. Ja, aber es ist auch schwierig zu erklären tatsächlich. Es geht darum, dass offensichtlich etwas jemand, wie auch immer, Kontakt mit einer Wissenschaftlerin aufnimmt, die im Zuge dieser Nachricht, die sie bekommt, versucht herauszufinden, wer denn hinter Besag der Nachricht steckt und über viele Jahrzehnte hinweg andere Leute in diese ganze Geschichte mit involviert. Und das ist im Grunde ein großes Rätsel, dem wir versuchen, mit ihr zusammen gemeinsam auf die Spur zu kommen und bei der wir uns als Zuschauer fragen, wer wie involviert ist, was genau dahinter steckt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was den Reiz allgemein ausmacht. Das war jetzt auch sehr vage, aber... Ja, also es ist, was man sagen kann, es ist eine Sci-Fi-Mystery-Serie in groben Zügen. Es ist also nicht das neue Game of Thrones dahingehend. Eventuell erhofft sich Netflix, dass mit den beiden Showrunnern... Also Sven, ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen. Wir wussten von der Vorlage nichts großartig. Also es ist ja eine Trilogie, Trisolaris-Trilogie von dem Autoren... Ach Gott, versuch ich den Namen? Brit-Marie, weißt du, wie man den richtig ausspricht? Ich glaube, Liu Shixin, aber ich würde... Schlagt mich bitte nicht da draußen. Okay, okay. Ja gut, dann skippen wir das jetzt einfach. Ja, wirklich so ein Standardwerk der chinesischen Science-Fiction. Also das hatte ich noch so im Hinterkopf. Amazon hat sich 2017 und dann auch 18 relativ zeitnah sowohl die Rechte an der Herr der Ringe als auch eben an die drei Sonnen, also dem ersten Band der Trisolaris-Trilogie gesichert. Daraus wurde dann aber nichts und das Projekt ist zu Netflix gewandert und damit dann auch zu David Benioff und D.B. Wise, die ja seit dem Ende von Game of Thrones einen etwas schweren Stand haben. Die haben zwar bei Netflix noch so ein paar andere Sachen gemacht, soweit ich weiß, auch mal irgendwie eine Serie oder was und letztes Jahr auch ein Spielfilm, der aber was völlig anderes war. Ja, Metal Lords und davor die Serie, die Professoren, sind also so relativ aus dem, ich sag mal, Big-Budget-Sektor verschwunden und haben jetzt eben dieses Projekt hier am Start, was insofern auch wieder Game of Thrones ähnelt. Ja, dass die Vorlage eben als sehr komplex und eigentlich unverfilmbar gilt, ne? Also da stellen sie sich eigentlich nochmal derselben Herausforderung. Aber Stichwort Vorlage, Britt-Marie, wie stehst du denn dazu oder wie bist du überhaupt da so drangekommen? Ich hab tatsächlich gar nicht zuerst das Buch entdeckt, sondern das Hörspiel, denn ich bin ein großer Hörspielhörer, auch Radiohörspiele und der WDR, WDR 5 hat 2017 den ersten Band als zwölfteiliges Hörspiel adaptiert und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich dachte, wow, okay, das find ich toll, ich möchte das Buch lesen, ich möchte einfach mehr wissen, ich möchte auch wissen, wie es ausgeht. Und genau, und dann hab ich angefangen, das Ganze zu lesen und war begeistert und hab festgestellt, dass die Hörspiele sehr gut sind, aber halt auch stark gekürzt, was aber meines Erachtens nach an der Qualität der Hörspiele keinen Abbruch macht. Hier eine kleine Seitenempfehlung, also sehr, sehr gut, empfehle ich definitiv. Ich würde mich auch nicht wundern, die sind aktuell nicht in der WDR Audiothek drin, aber ich denke, die werden wieder zurückkommen. Ansonsten kann man sie auch so im Internet finden, sag ich jetzt einfach mal so vage. Ja. Und nichtsdestotrotz hab ich da also angefangen reinzuhören, dann hab ich's gelesen und dann hab ich gehört, okay, es soll Adaptionen geben, Fernsehadaptionen, Filmadaptionen. Zuerst war ja auch von einem Film die Rede, der ist tatsächlich auch wohl angefangen worden zu drehen. Und ist dann aber nach kurzer Zeit auf Eis gelegt worden und auf unbestimmte Zeit verschoben, der hat bis heute das Licht der Welt nicht erblickt, dann ist eine chinesische Serie auf den Markt gekommen mit 30 Episoden, die habe ich tatsächlich gesehen. Okay. Und die kam letztes Jahr raus, also wo ich noch dachte, oh Leute, Timing mäßig, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die versuchen sich da so ein bisschen das Wasser gegenseitig abzugraben, eben diese chinesische Variante und jetzt eben die Netflix-Variante. Aber die chinesische Variante muss ich ganz ehrlich sagen, erstens 30 Folgen ist schon arg lang, zweitens, sie haben versucht mehr von dem ganzen, von den ganzen Nebenstories mit reinzubringen und vor allen Dingen auch etwas, was, und das greife ich jetzt hier vor, was bei Netflix nicht so bearbeitet wird. Und es gibt einen sehr, sehr großen wissenschaftlichen und philosophischen Teil, der in den Büchern mit drin ist, den die Serie nicht, also die Netflix-Serie nicht so abdeckt und das hat die andere Serie dann auch versucht mit reinzunehmen und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, mir war es zwischendurch ein bisschen lang. Also ich dachte, ja, ich finde diesen Teil im Buch super spannend, aber versucht das in Serienform umzusetzen, war das so ein bisschen wie Uni. Also ich habe das Gefühl, zwischendurch sitze im Physikunterricht und deswegen war das vielleicht keine schlechte Idee, dass Netflix da nicht sich so drauf fokussiert hat. Ja, das habe ich, das gab es und dann, ja und dann kam Netflix und dann habe ich ganz, ganz lange darauf gewartet und der Hoffnung, dass nicht zu viel vom Buch geändert wird, dass sie sich doch zumindest bei der groben Hauptgeschichte an die Bücher halten, beziehungsweise in dem Fall ja das erste Buch. Und ich kann hiermit berichten, bis auf ein, zwei Dinge, die geändert worden sind, die aber meines Erachtens nach okay sind. Auch da gibt es wieder natürlich Diskussionen im Fandom, musste das sein, aber grundsätzlich haben sie sich an die grobe Geschichte des ersten Buches tatsächlich für die Serie gehalten und das hat der Serie, glaube ich, gut getan. Ja, ich hatte, du meintest ja gerade schon Stichwort Wasserabgraben, ich hatte mitbekommen, dass der US-Streaming-Dienst Peacock, der, glaube ich, hier in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr verfügbar ist, ist ja der, das Streaming-Portal von NBC Universal, dass die jetzt letztens irgendwie auf Social Media verkündet haben, dass sie jetzt die chinesische Serie im Programm haben. Also damit wollen sie Netflix dann, glaube ich, doch so ein bisschen, ne, konkurrieren. Man muss dazu sagen, die chinesische Serie ist definitiv keine High-Budget-Produktion. Also es ist tatsächlich rein von den Effekten her und man sieht es auch, wie es gedreht wurde, es ist, ich sag jetzt mal, im mittleren Serien-Segment. Das ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit Netflix. Netflix hat eine wahnsinnig hohe Produktionsqualität. Oh ja. Also das ist es definitiv nicht, wenn man sich die chinesische Serie anschaut. Das ist schon definitiv auch anders gedreht, da waren andere Gelder dahinter, deutlich weniger auch. Wenn man so ein bisschen so asiatische Serien kennt, wenn man schon mal einen, was weiß ich, einen K-Drama gesehen hat oder einen Dorama oder was auch immer, so in der Art ist es gedreht. Und die sind ja meistens auch, ich sag mal jetzt nicht Low-Budget, aber auch nicht so High-Budget wie eine Netflix-Produktion. Rein vom Optischen her und wie das Ganze gedreht worden ist und alles, was da noch mit zusammenhängt, ist Netflix da für mich tatsächlich auf der qualitativ besseren Seite. Sven, was hat dich denn generell daran gereizt? Also wahrscheinlich die Trailer, oder? Ähm, nee, gar nichts. Ich wusste davon überhaupt nichts. Ich wusste auch nicht mal, dass ich mich da dafür gemeldet habe, aber jetzt bin ich hier. Nee, ich wusste wirklich null. Ich habe mir den ersten Trailer angeguckt und dachte, boah, sieht interessant aus. Ja. Aber vom Hocker gerissen hat es mich tatsächlich erst mal nicht. Ja, ich war einfach auch neugierig. Also zum einen, äh, die Thematik hat mich dann schon angeluckt. Und ja, ich war dann schon neugierig natürlich, was, äh, David Benioff und D.B. Wise nach Game of Thrones machen. Äh, die beiden hatten es ja eben, wie schon erwähnt, nicht sonderlich leicht. Und ich kann schon mal sagen, äh, wir müssen hier kurz anmerken, dass wir, äh, also wenn ihr das Ganze hier hört, dann, äh, äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Serie wurde schon veröffentlicht und wir können dann hier auch ab einem gewissen Punkt den Cut machen und den Spoiler-Teil übergehen. Oder aber, äh, wir haben diesen Part hier, äh, wo wir relativ allgemein darüber sprechen, äh, weil es vor Release veröffentlicht wird, äh, den haben wir dann noch mal gesondert veröffentlicht, weil es gibt nämlich eine sehr, sehr, sehr dicke Auflage von Netflix. Was, äh, Spoiler angeht, also, äh, für Presse natürlich. Und, äh, da wollen wir uns dran halten und je nachdem, äh, wann ihr das hier hört, werden hier Spoiler, äh, im späteren Fall, äh, Teil vorkommen oder aber auch nicht. Aber erst mal allgemein, Britt-Marie, du sprachst ja schon von den Änderungen gegenüber der Buchvorlage. Und was mir da jetzt schon auffiel, wenn man sich so die Trailer ansieht, da sieht man sehr, sehr viele Personen, unter anderem auch, ja, alte Bekannte aus Game of Thrones, sondern wirklich mehr, als ich dachte, das kann ich schon mal sagen. Und du hattest aber bei deiner Zusammenfassung gerade eben, oder auch, ja, doch, bei deiner Zusammenfassung hattest du ja erwähnt, dass es sich eigentlich nur um eine Wissenschaftlerin dreht. Äh, oder um einen Wissenschaftler, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht mehrere Personen. Äh, das ist ja schon die größte Abweichung eigentlich mit von der Vorlage, ne? Genau, genau. Das ist nämlich in der Serie, und das ist tatsächlich kein großer Spoiler, dass, dass hier ein Team von Wissenschaftlern in den Mittelpunkt gestellt wird, äh, die eben ehemalige, in der Serie ehemalige Studienkollegen sind. Und das ist im Roman nicht so. Also da hast du kein Team von mehreren Leuten, sondern hast konkret eine Wissenschaftlerin oder beziehungsweise eine Handvoll schon, aber konkret geht es eben um ein bis zwei Personen. Ja. Ja. Ansonsten ist das Ganze ja doch relativ, also ich hatte dann auch mal geguckt, relativ nah an der Vorlage, also dass das eben am Anfang auch in... Das ist, glaube ich, das ist eine der allergrößten Spoiler tatsächlich. Es gibt hier und da ein paar Kleinigkeiten, aber die Entscheidung zu sagen, man verteilt die Geschichte auf mehrere Schultern und holt sich damit eben auch mehrere potenziell gute Schauspieler mit ins Boot, die kann ich zumindest von einem Produktionsstandpunkt heraus verstehen, weil man halt auch sagt, okay, je mehr gute Schauspieler, desto mehr vielleicht auch Fans von diesen Schauspielern holt man sich dann als Zuschauer potenziell mit ins Boot. Und so, das verstehe ich. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht bestimmte Aspekte der Geschichte besser erzählen kann, wenn man sie wortwörtlich bestimmten Leuten einfach in den Mund legt. Ja, man muss natürlich auch bedenken, äh, äh, also ich weiß natürlich, ich nehme an, in chinesischen, äh, Verfilmung ist es dann da, in, dahingehend direkt am Buch, ne? Hier, man muss bedenken, diese Serie muss international funktionieren. Das ist auch ein durchaus, ja, nicht allzu westlicher Stoff, sage ich jetzt mal. Und der muss ja trotzdem für ein breites, äh, im Zweifelsfall wirklich weltweites Publikum funktionieren. Und, äh, man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, dadurch, dass man, ja, diese Hauptrolle eigentlich mehr oder weniger in fünf Charaktere aufgeteilt hat, dadurch, äh, kann man ein bisschen mehr Varianz reinbringen und zum anderen natürlich auch mehr Diversität, wo, äh, Netflix ja durchaus auch drauf achtet, ne? Und, äh, da kann ich schon mal sagen, dahingehend fühlt sich das eigentlich auch relativ stimmig an. Ich muss allerdings sagen, also, als jemand, der, äh, ja, großer Game-of-Thrones-Fan war, oder ist eigentlich immer noch, ich freue mich sehr auf House of the Dragon, und ich muss sagen, äh, so im, oder was heißt im Nachgang, so in, während der Serie ist mir wirklich bewusst geworden, dass ich hier viele Stärken und Schwächen sehe, die man von David Benioff und D.B. Wise, äh, auch bereits daher kennt. Weil, äh, diese beiden Autoren sind im Zweifelsfall wirklich welche, die vor allem anderer Leute Stoffe adaptieren. Und das können sie ja auch sehr gut. Bei Game of Thrones haben sie teilweise sogar Schwächen der Vorlage aufgefangen oder einfach mit, mit Schwerpunktverschiebung, äh, natürlich auch. Also, sowas zeichnet für mich auch eine gute Adaption aus. Was allerdings immer ihre große Schwäche war und auch dann zu dem Zeitpunkt, als dann Game of Thrones irgendwann, naja, die Vorlage eingeholt war und sie dann eben selber, äh, was zusammenstricken mussten, teilweise auch wohl mit heißer Nadel. Und ja, da kam halt durch, dass sie, also die, die sind guter, äh, Autoren, wenn es um Adaptionen geht, aber wenn sie selber wirklich irgendwas schreiben müssen oder wirklich eigene Impulse mit reingeben müssen, dann ist das so eine Sache. Ich weiß nicht, Sven, wie, wie hast du das gesehen? Du hast ja auch Game of Thrones, äh, geschaut. Hat dich da auch ein bisschen was dran erinnert? Äh, ja, jein. Also, wie, ich bin einer der, der sagt, ich fand die letzte Staffel jetzt nicht so schlimm. Es gab ein paar Sachen, die haben mich ein bisschen geärgert, aber ansonsten ist dieses drauf rumgehacke und bla und, also, naja, hätte man das unten eine weitere Staffel verlängert und nochmal alles rausgezogen, die Leute auch gemeckert, es wäre scheißegal gewesen. Aber auch hier gab es so leichte Pacing-Probleme, wo ich dachte, okay, gut, ihr könnt jetzt nicht die, den Spannungsparameter hochfahren und dann gleich eine halbe Stunde lang wieder komplett runter auf Null gehen. Ja. Das war wirklich so eine Art, ja, das ist so wellenförmig. Es gab ein paar Ansätze, die mir richtig gut gefallen haben, wo ich gedacht habe, nee, geil, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und das ist interessant und das ist interessant und dann kommen Sachen, wo ich mir denke, oh, die hätte da aber zwei Folgen vorher zeigen können. Und, und ja, du, du, du wirst dann schon wieder aus diesem, aus diesem Sog rausgezogen und einfach in die Ecke gestellt. Und ja, jetzt guckst du mal da. Und dann dachte ich mir, ach, das ist so schade. Ja. Aber wie gesagt, ich kenne, ich kenne ja die Vorlage nicht, keine Ahnung. Aber ja, sie haben, sie haben, es gibt super interessante Ansätze, die mich auch echt gecatcht haben, wo ich gesagt habe, eh, okay, jetzt will ich bis ins Sog hat, wie es weitergeht. Mhm. Aber ja, du wirst dann halt immer wieder rausgerissen und dann kriegst du hier immer ein bisschen Drama noch mit, dann kriegst du da noch ein bisschen Drama mit, dann kriegst du wieder was mit, wo du dich wirklich anfickst und du denkst, okay, da müsst ihr jetzt aber was draus machen. Und auch da schaffen sie es dann teilweise nicht. Ich will nicht sagen, dass mir die Serie überhaupt nicht gefallen hat. Die war gut, die hat auch, finde ich, ein Riesenpotenzial. Ja, ähm, also ich, ich kann mich da euch auch anschließen, also Wellenform trifft es wirklich. Und vor allem, äh, so in der Mitte der Staffel dachte ich mir so, also so bei Folge 4, 5 dachte ich mir, jetzt bin ich aber so richtig drin. Ich weiß noch, weil ich, ich wollte nämlich eigentlich, äh, an dem Tag schon aufhören zu gucken. Ich muss, äh, dazu anmerken, ich hab das wirklich krass weggebinght. Ich hab wirklich sieben Folgen an einem Streifen geguckt, äh, obwohl ich eigentlich nur drei oder vier schauen wollte. Und, äh, dann war ich aber von Folge 5 so krass angefixt, dass ich mir dachte, jo, das will ich jetzt weitergucken. Und ja, da ist dann leider so, ähm, die Tendenz eher, ja, ein bisschen, bisschen ruhiger nach dem Peak, sag ich mal, ohne jetzt, äh, zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber, äh, das muss ich schon mal sagen, die Serie hat es auch schon vorher geschafft, durchaus mich anzufixen. Und das zwar wirklich schon von Anfang an. Ich muss sagen, dass mich die erste, also überhaupt die, die ganze Auftaktsequenz richtig, richtig, äh, mitgerissen hat schon. Das fand ich großartig. Und sie hat mich, und das, äh, haben auch schon, die Parallele haben auch schon einige US-Kollegen gezogen. Ich weiß ja, Britt-Marie, du hast ja Game of Thrones nicht gesehen, aber Sven, hat dich die Anfangssequenz nicht auch an was erinnert aus Game of Thrones? Nee. Jetzt, wo du sagst, okay, könnte ich mir Parallelen ziehen, aber ... Ich sage nur Ned Stark, ja. Ja. Nee, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich komplett raus. Hä, Ned Stark? Ja, es hat mich, ja, gut, ähm, also, das, das Interessante ist, diese Serie, die beginnt eigentlich ein Stück weit damit, wo Game of Thrones in seiner ersten Staffel aufhört. Mich hat es sehr an, äh, die, die Exekution von Ned Stark, gespielt von Sean Bean, äh, äh, erinnert am Ende der ersten Staffel von Game of Thrones. So vom, vom Setup her, wie es inszeniert war. Aber es hat ja hier durchaus, äh, ein, ja, ganz anderen Einschlag, was das angeht, ne, und das hat mich schon sehr neugierig gemacht. Ich wusste ja, dass es auf einer chinesischen Vorlage basiert und, ähm, ja, war dann dahingehend vielleicht auch so ein bisschen skeptisch, weil China ist ja nun mal so eine Sache für sich. Aber ich war hier, und das kann ich schon mal sagen, ich war da echt angenehm überrascht, dass diese Serie oder der ganze Stoff, also, pro China ist das Ganze nicht unbedingt, ne? Naja, also, ich, äh, das Ganze beginnt ja zeitlich in der chinesischen Kulturrevolution oder das, was als chinesische Kulturrevolution bekannt ist. Und das ist übrigens auch ein Aspekt gewesen, der, also ein politischer Aspekt, auf den ich gespannt war, wie der umgesetzt wird. Und der ist durchaus kritisch umgesetzt worden. Ich empfinde den auch durchaus kritisch im Buch, obwohl ein chinesisches Buch. Das ist tatsächlich in der chinesischen Serie nicht so. Also, da ist die chinesische Propaganda schon etwas, eine, eine, etwas andere. Also, da muss man auch das Ganze mit einem, also, im Vergleich direkt muss man da auch ein bisschen kritisch gucken. Nichtsdestotrotz, was mir gut gefallen hat ist, und ich wusste ja, dass es kommt, wir befinden uns ja in verschiedenen Zeitebenen. Die Geschichte wird also über verschiedene Zeitebenen hinweg erzählt. Und hier beginnen wir eben, hier beginnen wir in den 60ern. Und, ja, das, das fand ich einen spannenden Anfang. Und was ich aber auch gut finde, ist, ich persönlich war da neugierig und dachte, Mensch, ich weiß da gar nicht so viel drüber. Ich müsste da echt jetzt nochmal so einen Deep Dive machen in den historischen Background. Während, aber man muss nicht. Also, man kann als Zuschauer, finde ich, diesen Einstieg auch wunderbar verstehen, wenn man null Ahnung von der ganzen politischen Situation hat. Weil das Wichtige, was man braucht, das wird einem durch diese Serie und durch diese Szenen am Anfang wirklich erklärt. Und das reicht auch als Wissen für den Rest der Serie. Aber das fand ich auch einen sehr schönen Anfang. Das ist auch der Originalanfang im Buch. Und dann dachte ich, ach, guck an, haben sie also übernommen, fand ich wirklich gut. Ich muss sagen, die erste Folge war für mich noch ein bisschen langatmig. Ich dachte so, oh, wer weiß, ob sie jetzt irgendwie das Ganze auf den Punkt kriegen und so. Aber spätestens ab Folge zwei war ich dann, ach ja, I'm in. Und dann habe ich, wie du auch, einfach so viel am Stück geguckt, wie ging. Und meines Erachtens nach, und das ist, glaube ich, wo wir uns einig sind, hat die Serie ihren absoluten Höhepunkt tatsächlich mit Folge fünf. Ja. Was eigentlich wirklich Pacing-mäßig ein bisschen unglücklich ist, weil es sind ja acht Folgen. Also der Höhepunkt sollte eher am Ende kommen. Also es war ein bisschen sehr früh. Aber als es dann bei Folge fünf war, dachte ich, wow, 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 liebe. Ja. Die letzten drei waren dann so ein bisschen, da können wir dann noch drüber diskutieren im genaueren. Aber grundsätzlich finde ich, ja, finde ich, ist es ganz gut gelungen und auch dieser Einstieg sehr, sehr gut gelungen. Jetzt raff ich, was du meinst. Ach so, du meinst Folge fünf oder was, Sven? Nee, ich meine Folge eins, weil du mit Ned Stark. Ach so. Was will er dann mit Ned Stark? Das haben aber zur Verträgung, auch wenn ich da halt als Game-of-Thrones-Fan vielleicht auch ein bisschen viel reininterpretieren mag, das haben auch US-Kollegen bereits geschrieben, dass das daran erinnert und vielleicht auch so eine gewisse Reminiscenz ist. Naja, von den 60ern springen wir dann ins Jetzt und Hier im Grunde und lernen eben diese Gruppe von fünf ehemaligen Studienkollegen kennen, die mittlerweile alle mehr oder minder in der Wissenschaft arbeiten oder in der Wissenschaft unterwegs ist. Und das große Rätsel, vor dem wir am Anfang stehen, und das finde ich, ist ja durchaus ein spannendes Rätsel, ist, dass überall auf der ganzen Welt, beziehungsweise hauptsächlich im westlichen Raum, Wissenschaftler sich mehr oder minder zufällig alle anfangen, selber umzubringen. Und man weiß nicht warum. Und wir sehen jetzt eben ein, ich sag immer Detective, oder später dann wird es ein bisschen klarer, dass er eben nicht nur Polizist ist, sondern auch noch einer, also ich weiß nicht was es ist, CSI, wie heißt es, nicht CSI, FBI, CIA, also irgendeine von diesen Organisationen gehört er halt an. Und der versucht eben dahinter zu kommen, warum sich diese Wissenschaftler umbringen. Und das finde ich, ist schon mal echt ein spannendes Ding, weil man sich fragt, Moment mal, Wissenschaftler haben ja ein ganz anderes Verständnis von der Welt und von dem ganzen, ja, Leben und wie das alles um uns herum funktioniert. Und wenn die so verzweifelt sind, dass die anfangen sich umzubringen, dann muss doch irgendwas böse im Argen liegen. Das war so mein Grundgedanke. Und das ist, glaube ich, auch so der Grundgedanke von diesem Polizisten, der auch von Wissenschaft nicht wirklich eine Ahnung hat, aber der halt dann versucht eben herauszufinden, was es ist. Vielleicht bringen die sich ja auch nicht selbst um, vielleicht werden die ja auch umgebracht. Das ist ja auch das große Fragezeichen. Steckt da vielleicht doch jemand anders dahinter? Also das, finde ich, ist eigentlich ein Rätsel, das ich am Anfang schon sehr spannend finde. Und dann bekommen wir tatsächlich in Bezug darauf noch, also dann bekommen wir noch mehr Geheimnisse präsentiert. Und das eben in Form von diesen verschiedenen Studienkollegen, die auf verschiedene Dinge dann eben stoßen und sich auch entsprechend die Fragen stellen, wir uns als Zuschauer fragen. Und hier, das ist das, was ich meinte, hier funktionieren halt diese unterschiedlichen Wissenschaftler als Verlängerung des Zuschauers. Wenn ich mich halt vor dem Fernsehfrage oder vor dem Bildschirm frage, hä, das verstehe ich nicht, warum hat er es denn so und so gemacht? Dann sagt in der nächsten Minute gleich einer der Wissenschaftler auf dem Bildschirm, das verstehe ich nicht, warum hat er das denn so und so gemacht? Ja, genau. Deswegen, dass halt so als Schreibtrick ganz gut funktioniert. Aber das fand ich am Anfang ein schönes Rätsel. Und an diesem roten Faden ziehen wir uns so ein bisschen durch die Geschichte auch, zumindest am Anfang. Wo war denn, Sven, wo war denn bei dir so der Punkt, wo du wirklich angefixt warst? Es hat echt gedauert. Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und dachte nur, okay, ich glaube, das ist definitiv nichts für mich. Jetzt nicht wegen der fehlenden Gewalt, was mir bestimmt gleich wieder unterstellt wird, sondern einfach, weil ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also ich habe nichts gegen Sci-Fi, ich stehe auch auf Sci-Fi. Ich finde es auch, wenn es gut gemacht ist, alles toll. Aber es waren mir die ersten zwei Folgen zu viele Infos. Auch zu viele Leute, gell? Ich fand, das waren wahnsinnig viele verschiedene Charaktere. Genau. Und Moment, wer gehört wohin? Und dann noch die Zeitsprünge. Also am Anfang ist es echt ein bisschen schwer. Und da hatte ich, also wirklich nach zwei Folgen, ich war wirklich erschlagen und dachte, ach nee, ich weiß es nicht. Aber ja, so ab der dritten Folge war ich dann irgendwie drin. Dann war auch alles okay. Und es hat auch so dieser, ich finde so die ersten zwei Folgen hast du schon viel Wissenschaft. Ja, Exposition. Und viel, viel Psychologie, sage ich schon, Philosophie, die meiner Meinung nach so ein bisschen arg überhand genommen hat, was sich dann im Laufe der Staffel auch wieder auf Normal-Level setzt. Also so, dass es zumindestens für mich annehmbar war, wo ich gedacht habe, okay, nee, cool, jetzt kommen interessante Fragen, das ist gut. Und du wirst halt, wie gesagt, auch einfach nicht mehr so erstarken. Also was mir schon auffiel, und das fand ich ein bisschen komisch, auch wieder im Hinblick auf das Pacing, weil die Serie macht zwar am Anfang schon irgendwie relativ viel Geheimnis darum, also worum es jetzt hier eigentlich wirklich geht, aber das Entscheidende wird ja eigentlich schon, zum Ende der ersten Folge wird das ja eigentlich schon enthüllt. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Hinblick darauf auch ist, naja, man muss bedenken, das ist ja eine Binge-Serie, ne, das heißt, alles erscheint an einem Streifen und ist auch darauf ausgelegt, dass man es relativ schnell hintereinander wegguckt. Das hat bei mir auch dann dahingehend gefruchtet, bei dir ja, glaube ich, auch, Britt-Marie, ne? Du hast es ja wirklich sehr, sehr schnell weggesehen, als erste von uns. Also das hat mich gewundert, dass das so relativ früh offenbart wird. Aber ja, man muss halt irgendwie auch einen gewissen Hook haben, um die Zuschauer bei der Stange zu halten, ne? Gerade bei sowas wie Netflix und gerade im heutigen Streaming-Zeitalter, deshalb war das dahingehend vielleicht jetzt auch nicht die unklugste Entscheidung, sag ich mal. Lasst uns mal ein bisschen, weil wir kriegen ja wirklich viele Figuren an den Kopf geschmissen in den ersten zwei Episoden. Lasst uns da mal generell mal so über das Casting vielleicht sprechen. Wir haben da ja durchaus einige bekannte Namen und ich hatte ja auch schon gesagt, dass es ein Wiedersehen mit diversen Schauspielern aus Game of Thrones gibt. Allen voran John Bradley und Liam Cunningham und ich glaube, jemand Drittes war auch noch dabei, genau, Jonathan Price. Der steht ja auch schon im Vorspann. Oh, übrigens Stichwort Vorspann. Das ist ein bisschen ärgerlich, oder? Dass man den nur bei der allerersten Folge voll ausgespielt sieht und danach leider nur in so einer eingedampften Version, oder? Das fand ich ein bisschen schade. Ehrlich gesagt, habe ich am Anfang gedacht, ich habe irgendwie, also erst habe ich gedacht, das ist Netflix, weil ich habe mir den in der ersten Folge angeguckt und dachte, ach, das ist doch ein schönes Intro, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann bin ich aber ab der zweiten Folge auf Intro überspringen gegangen, obwohl ich das Intro schön fand. Und dann hatten wir ab dieser zweiten Folge quasi immer, hat man noch einen Teil dieses verkürzten Intros gesehen. Und ich habe halt irgendwie so zwei, drei Folgen lang gedacht, dass das quasi durch das Überspringen kommt, bis mir irgendwann klar wurde, nein, die zeigen einfach den langen Vorspann gar nicht mehr. Und dann dachte ich, das habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Ich kenne das gar nicht, dass man von der ersten Folge hin zu den restlichen Folgen in einer Serie das Intro komplett verkürzt. Habe ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Also das fand ich sehr seltsam. Aber ich vermute, dass die meisten wahrscheinlich sich gedacht haben, es ist eine Binge-Serie, dann legen wir alles inklusive dem Intro auch auf das Bingen aus. Und also ich fand es irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Ja, im Intro sind auch noch, also da trifft man halt noch mehr Leute an, die man aus Game of Thrones kennt, vor allem den Komponisten Rami Javadi. Und noch ein anderer Trigger für die Online-Community. Rian Johnson hat die Serie mitproduziert. Ja, eben jener Rian Johnson, der für The Last Jedi, also Star Wars The Last Jedi, abgrundtief gehasst wird von vielen und von ebenso vielen aber auch geliebt für Knives Out. Da dachte ich auch erst, der wäre mal irgendwie auf dem Regiestuhl anzutreffen. Ist aber nicht der Fall. Dafür haben wir aber bei der dritten Folge, und da weiß man auch ganz genau, warum sie ihn dafür genommen haben, haben wir Andrew Stanton, der Regisseur ja hier von Findet Nemo oder Wall-E beispielsweise. Der hat sich ja in den letzten Jahren eher so im Serienbereich breitgemacht. Hat ja auch, glaube ich, für Obi-Wan hat er, glaube ich, auch eine Folge geschrieben zumindest. Also für die Obi-Wan-Kenobi-Serie vor zwei Jahren und auch eine Folge Breaking Bad inszeniert. Aber auf jeden Fall namenhafte Gesichter, also bekannte Gesichter. Da kann ich aber schon mal sagen, gerade bei den, ja, bei dieser Physikergruppe, die man hier ja rausgemacht hat. Die eigentliche Hauptfigur ist ja so mehr oder weniger Augustina Salazar, gespielt von Isa González. Und da muss ich leider sagen, der habe ich über weiteste Strecken nicht die Physikerin abgekauft. Also das war mein ganz großes Problem. Die Dame ist ja auch, die hat man schon öfter mal gesehen im Baby Driver, wo sie eine ziemlich fiese Rolle hatte. Und auch noch in so ein paar Make-A-Bay-Sachen und jetzt hier. Also ich sage nicht, dass sie schlecht spielt insgesamt, aber ich kaufe ihr das einfach nicht ab. Oder wie ging es euch da? Ja, ich muss einmal kurz widersprechen, weil tatsächlich war für mich die eigentliche Hauptfigur eher Jess Hong. Also da finde ich, hat es sich eigentlich auf zwei Schultern ganz gut verteilt. Ja, Augie Salazar hat natürlich auch eine entsprechende Rolle gespielt, aber für mich war sie tatsächlich gar nicht so die Hauptfigur, auf der sich das festgemacht hat. Das ist natürlich dann wieder das Problem, wenn du eine Rolle, die also auf einer Figur ist in der Vorlage, auf mehrere Schultern verteilst. Das Problem, das ich tatsächlich hatte bei Augie Salazar und es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich das jetzt hier so sagen muss, weil eigentlich ist das sexistische Scheiße, tut mir leid, wenn ich das so sage, dass ich zwischendurch echt ein paar Mal so den Gedanken hatte, die ist viel zu hübsch für eine Physikerin. Ja, aber das ist totaler Mist, absoluter Bullshit, weil ich meine, hallo, wie du aussiehst, hat gar nichts damit zu tun, ob du Wissenschaftlerin bist oder nicht oder klug oder nicht, aber ich hatte tatsächlich so voll diesen Idioten-Gedanken, ich muss es tatsächlich so sagen und ich weiß auch nicht. Also die ist halt auch Schauspielerin-Model und es geht gar nicht mal darum, dass sie irgendwie nicht nach Physikerin aussieht, sie muss jetzt auch nicht aussehen wie Angela Merkel, aber es waren halt irgendwie auch nicht so wirklich Stellen drin, wo sie mal wirklich so ihren, ich meine, es wird immer behauptet, dass die alle den mega hohen Intellekt haben und teilweise, ich meine natürlich auch in ihrer Fight-Zeit, aber teilweise kommunizieren die wirklich untereinander wie bald wie Teenager manchmal. Also dahingehend fand ich auch die Dialoge nicht so gelungen. Wie hast du das denn gesehen, Sven? Und mich hat tatsächlich überhaupt nichts gestört, dieses Mal auch nicht. Also ich habe es ihr abgenommen, ob es jetzt hübsch ist oder nicht, war mir vollkommen wurscht. Ich fand, die hat es gut rübergebracht und ich hatte mit keinem wirklich so meine Probleme. Und ja, also, ja, dass die untereinander so kommuniziert haben, fand ich eher ernüchternd, weil das dann nicht, also es wäre mir, glaube ich, zu arg gewesen, wenn sie sich jetzt noch zu viert an einen, oder zu fünft an den Tisch gesetzt hätten und hätten dann noch über sonst irgendwas philosophiert oder das wäre mir dann echt zu blöd gewesen. Und so, finde ich, ist das ein schöner Kontrast. Du hast auf der einen Seite halt dieses hochphysische, physikalische und sonst was gebabbelt und dann kommst du wieder zurück und dann wird sich auch ganz normal unterhalten. Ja, und auch schon mal du Arschloch oder sonst irgendwas gesagt oder jemand wird runtergeputzt oder so. Also ich finde, das hat dich so wieder auf den Boden zurückgeholt und das macht das Ganze, finde ich, auch. Ein bisschen angenehmer. Und nicht, dass es dann die ganze Zeit so auf diesem Abgehobenen... Ja, genau, es macht es relatable so ein bisschen, genau. Du hast das Gefühl, die sind geduldig, ja. Und vielleicht eine oder zwei superintelligente. Ja, zu denen zum Beispiel nicht John Bradley, glaube ich, gehört. Wobei ich muss sagen, dass ich den ziemlich unterhaltsam fand eigentlich. Aber was ich witzig fand war, John Bradley und auch Isaac Gonzalez und so weiter. Ich finde, ich nehme denen das ab, weil das kennt man ja. Nur weil man mal irgendwas studiert hat, muss man am Ende ja nicht in der Wissenschaft landen, sondern viele gehen ja dann tatsächlich auch in die Wirtschaft und so weiter. Und ich nehme halt, ich nehme halt Orgy Salazar ab, dass sie eben die taffe Wirtschaft, die erfolgreiche Wirtschaftsmillionärin sein könnte. Und ich nehme ihm eben auch ab, dass er so dieser typische Nerd ist, der vielleicht irgendwann mal Millionär wird. Ich meine, da draußen haben wir ja so ein paar Verrückte, die genau diesen Weg gegangen sind. Also ich finde, und ja, das nehme ich denen ab. Also es war nicht so. Und das ist, das fand ich aber auch dann gut gelungen in der Serie, dass man da eben auch Personen präsentiert bekommen hat oder Charaktere präsentiert bekommen hat, die zwar nerdig oder normal oder so wie du und ich wirken, aber gleichzeitig eben auch echt klug sind. Also dass da eben kein Unterschied gemacht wird. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich finde es auch toll, dass Bradley, also die Figur, gar keinen Hehl draus macht. Der sagt, verdammt, ich habe damit ein Arschmull Geld verdient. Und ich habe das beste Leben, alles super. Und das bringt dir halt auch noch so sympathisch und toll rüber, dass man denkt, ey, weißt du was, gönne ich dir. Lass es krachen. Also das war auch für mich somit die einzige Figur, muss ich sagen, in dem ganzen, ja nicht Trio, wie nennt man das so, Quintett bei fünf? Ich glaube, Quintetten. Ja, bei fünf sind es Quintett, genau. Ich bin nicht völlig, genau, also ich kann mich durchaus mit intellektuellem Niveau hier messen, egal. Nee, also seine Figur war tatsächlich so die einzige, wo ich das Gefühl hatte, also John Bradley hat Spaß an dieser Rolle, ist auch im Hinblick auf Game of Thrones schön gegen den Strich besetzt, weil sie halt komplett anders ist. Ich hatte nur mal, also den habe ich zwar nicht gesehen, aber der war ja auch zuletzt in Moonfall mit dabei von Roland Emmerich. und da hat er, soweit ich weiß, ja gut, da hat er jemand gespielt, der, glaube ich, Verschwörungstheorien verbreitet, aber, glaube ich, auch so mit so einem gewissen Augenzwinkern und sein Charakter ist auch als, also klar, natürlich sind da auch Klischees, was Nerds angeht. Also einmal wird ja unter anderem sein Schlafzimmer gezeigt und das ist ja voller, voller Popkulturscheiß. Ja, aber Liebe, so viel Liebe. Also es ist eigentlich im Grunde voller Star-Wars-Geschichten und ich dachte so, ein Regal nur mit Star-Wars-Memorabilia und ich so, oh mein Gott, wie viel. Ja, da dachte ich auch so, das ist so das Überbleibste dessen, weil man darf nicht vergessen, David Benioff und D.B. Wise sollten ja ursprünglich mal eine neue Star-Wars-Trilogie machen, ne? Und sind dann da ja auch ausgestiegen. Also das ist ja eines der zigtausend Projekte, die gecancelt wurden von Lukas Film. Ich muss allerdings sagen, es gab ja noch eine andere Figur, Will Downing, gespielt von Alex Sharp. Dem sein Plot ist ja relativ, ja, teilweise doch, relativ ernst. Und, hm, also es ist nicht so, dass mir das nicht gefallen hat, aber teilweise habe ich mir schon so gedacht, passt das jetzt so in die Tonalität der Serie beziehungsweise ist für sowas eigentlich Platz? Es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie nur da ist, um da zu sein. Es spielt ja durchaus auch eine gewisse Rolle, was ihn angeht. Aber da dachte ich mir auch so, manchmal stimmt da so die Tonalität nicht, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, sie verzetteln sich so ein bisschen in der einen oder anderen Geschichte. Seine Story war eine, die erst am Ende für mich Sinn ergeben hat, weil es klar ist, worauf es dann hinausläuft. Ansonsten war ja so ein bisschen immer das Korrektiv in der Truppe. Also das war so einer von denen, wo man gedacht hat, okay, der holt die ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen wieder zurück. Aber an ihm wurde ja zum Beispiel auch so eine potenzielle Liebesstory festgemacht, weil er ja hoffnungslos eben in Jin Cheng verliebt ist, einer der anderen Studienkolleginnen. Und sie ja aber das irgendwie wohl nicht weiß oder zumindest nicht wissen will. Und diese ganze Nebenstory, finde ich, hätte man sich sparen können. Ich vermute, die ist da halt drin, weil man sich gedacht hat, ein bisschen Gefühl muss auch sein. Aber das lenkte mich ehrlich gesagt nur ab. Also es war unnötig für die Geschichte. Ja, das stimmt. Das ist auch einer der Punkte, die, also ich fand seine Story zwar gut gemacht und auch schön, aber die holt dich halt wirklich, die wird an Punkte eingesetzt, wo du da sitzt und denkst, ey, das, nein, das geht jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade auf 180 und will alles wissen und jetzt kommt ihr mit dem Krams um die Ecke. Und das ist einfach wirklich so, das ist so ein bisschen schade. Ja, das hat die Serie auch ausgebremst, würde ich sagen, zum Ende in die Staffel. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat versucht, an seiner Figur so ein bisschen diesen philosophischen Aspekt der Geschichte festzumachen, der im Buch sehr, sehr viel wichtiger ist. Also er hat ja dann doch so einen Moment, so nach dem Motto, wir sind nur ein kleines Staubkorn im großen Universum und was sind wir und was machen wir hier und was ist unser Schicksal und so. Also so diese epischen Fragen, die sich die Menschen seit Jahrtausenden quasi fragen, die wurden versucht, so ein bisschen an ihm und seiner Figur festzumachen. Aber das hat für mich, wie gesagt, einfach nicht funktioniert. Ja, obwohl es ja eigentlich relativ emotional aufgezogen wurde, mit etwas, was man ja auch durchaus, also es ist ja jetzt nicht völlig weltfremd, was seine Figur umtreibt. Ja. Aber es hat mich emotional einfach nicht erreicht und in den letzten drei Folgen nach, gerade nach diesem Höhepunkt in Folge 5, war das schon echt müßig. Also das zog sich, fand ich. Und da habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, hätten es eventuell auch sechs Folgen getan oder acht Folgen mit einem klareren Fokus. Weil man muss ja sagen, die hatte ich jetzt auch gelesen, im Hinblick auf die Vorlage, das Ganze ist schon relativ straff. Also ich hatte ja schon erwähnt, am Ende der ersten Folge wird eigentlich schon mehr oder weniger offenbart, wie das da mit, also nicht hundertprozentig, wie es zusammenhängt mit den Geschehnissen während der Kulturrevolution in China. Aber so die Grundprämisse, also worum es jetzt hier ungefähr gehen könnte, das wird schon relativ schnell enthüllt. Und generell hat die Serie ja auch, in den ersten vier Episoden hat sie eigentlich sogar ein relativ straffes Tempo. Ich muss auch sagen, da ist eigentlich auch selten Langeweile bei mir aufgekommen. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass, ja, also kurzweil hat das Ganze schon. Also wie gesagt, ich habe wirklich fast alle Folgen in einem Tag weggepincht. Und es ging auch wirklich teilweise durch. Da merkt man auch, also die Serie, die ist wirklich ausgelegt darauf, dass man die ratzfatz im besten Netflix-Stil wegguckt. Ich wollte noch sagen, wer mir auch noch gut gefallen hat, weil wir die jetzt nur am Rande erwähnt haben, also Benedict Wong natürlich, als Detective. Der war als Detective unterwegs, der eben versucht hat herauszufinden, was hinter diesen ganzen Rätseln steckt. Dann hat mir auch noch sehr, sehr gut gefallen, also was heißt sehr, sehr, also dann hat mir auch noch gut gefallen Rosalind Chow, die je, wenn je spielt. Die war auch eine der Schauspielerinnen, die ich tatsächlich kannte. Also ich kannte gar nicht so viele von den Leuten, die hier mitgespielt haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber Benedict und Rosalind kannte ich. Und Liam Cunningham, den Vorgesetzten von, von, also, von Benedict Wong, den Vorgenetzten von Dashi, aka Benedict Wong und Liam Cunningham, genau. Die kannte ich, aber sonst war es das mehr oder minder. Und, ich finde ja, die eigentliche Hauptperson oder mehr oder minder Hauptperson, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist eigentlich Jess Hong, die ich auch nicht kannte. Da weiß ich nicht so richtig, also am Anfang, da habe ich mich ein bisschen schwer getan mit ihr. Aber im Laufe der Serie hat sie dann für mich gewonnen an auch Charakter und Überzeugungskraft. Ja, und da wollte ich euch mal fragen, ja, wie ihr das so empfunden habt. Also mir, mir hat die eigentlich noch mit am besten gefallen. Die hatte auch durchaus, also die war noch neben Jack Rooney, also hier John Bradley, war die noch am ehesten eine, wo ich das Gefühl hatte, oh, da ist auch wirklich eine gewisse Persönlichkeit. Weil was so die Figurenzeichnung angeht, das erinnerte mich auch teilweise. Und generell, generell hat die Serie, ich weiß, Britt-Marie, du wirst aufstehen, aber es hat durchaus auch was, also auch was so diese Besetzung angeht und auch so die, die Verteilung der Ethnien, das hat durchaus auch viel von der Schwarm, ne? Oder auch so diese, diese ganze Prämisse und das könnt jetzt Leute vielleicht auch abschrecken, weil der Schwarm, haben wir ja auch besprochen, darf man sehr gerne reinhören, sind zwei Podcasts geworden dazu. Das TV-Event letztes Jahr. Also es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten, also nicht nur was die Figurengruppe angeht, sondern auch so ein bisschen die Thematik, dann natürlich auch das Genre und dass es auch sehr ins, ja, Wissenschaftliche geht. Da muss man aber sagen, dass der wissenschaftliche Kontext, also ich habe ja das Buch nicht gelesen, bei der Schwarm hatte ich es gelesen, war aber ewige Zeiten her. Aber ich muss sagen, bei beiden Adaptionen merkt man schon stark, wie ich finde, dass der wissenschaftliche Kontext, dass das schon sehr stark vereinfacht wurde und dass das Buch wahrscheinlich aber auch für so eine Verfilmung oder also für eine, sage ich mal, Mainstream-gerechte Verfilmung, das Buch ist, glaube ich, schon ziemlich anspruchsvoll. Also ich hatte mal so rumgeschaut und da heißt es wirklich, das fühlt sich teilweise an wie ein Ministudium verschiedenster Wissenschaftsrichtungen. Das ist ja auch, glaube ich, eine der Gründe, weshalb dieser Stoff eben als unverfilmbar gilt. Wenn man wirklich versucht, dieses Buch richtig zu verfilmen, so wie es ist, das geht nicht. Das ist zum Beispiel auch was, der wissenschaftliche Aspekt und der philosophische Aspekt. Das sind wirklich zwei Themen, die in unterschiedlichster Ausrichtung mit unterschiedlichsten Wissenschaften und philosophischen Richtungen und so weiter im Buch wirklich eine super wichtige Rolle spielen. Und das kannst du einfach so nicht übertragen. Du musst dich, denke ich, bei einer Adaption wirklich auf die Grundstory konzentrieren und das darauf herunterbrechen. Und ich finde, das hat die Serie eigentlich ganz gut gemacht. Das hat auch das Hörspiel ganz gut gemacht. Wobei im Hörstuhl tatsächlich der wissenschaftliche, philosophische Anteil doch noch höher ist als jetzt hier in der Serie. Aber wenn einer sagt, er ist daran interessiert oder das ist ein Aspekt, der ihm an der Serie gefallen hat, dann würde ich wirklich empfehlen, die Originalbücher zu lesen, weil die da doch wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr bieten. Ja, aber ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie man sowas verfilmen oder eben zur Serie machen kann. Und das finde ich okay. Ein Touch mehr Philosophie, ein Touch mehr Wissenschaft hätte ich mir tatsächlich noch gewünscht. Also ich finde, man muss ja seine Zuschauer auch nicht für nur dumm halten. Also ein bisschen Anspruch darf man schon auch an den Zuschauer anlegen. Das hätte man hier durchaus auch noch machen können. Aber ich sage jetzt mal, für Massenkonsum, habe ich jetzt eben gerade gesagt, die Masse ist dumm? Nein. Aber für Massenkonsum ist das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, man muss da immer Kompromisse eingehen. Das ist gerade bei Netflix, muss man einfach bedenken, dass das in verschiedensten Ländern irgendwie auch funktionieren soll und ja auch gewisse, weiß ich nicht, Zielgruppen ansprechen soll. Also da kann ich schon verstehen, dass man da einfach Kompromisse eingehen muss. Das ist also nicht nur von der Netflix-Warte, sondern es ist eine Buchadaption und die ist immer, die ist immer schwierig. Ja, ja, definitiv. Alle wirst du da nie zufriedenstellen können. Ich kenne zum Beispiel auch Tolkien-Ultras, die die Peter-Jackson-Filme nicht mögen. Ja. Weil da halt alle möglichen Sachen aus den Büchern raus sind und ich rede jetzt nicht nur von Tom Bombadil, aber ganz ehrlich, allen wirst du es, glaube ich, nie recht machen können. Tom, wer? Ja, so weiß man auch, wer nur die Bücher gelesen hat oder nur die Bücher. Ja, oder? Ja, Moment, Moment. Moment, dann muss man noch ein ... Dann schmeiße ich einen Namen jetzt in den Raum. Ich schmeiße ihn jetzt einfach nur in den Raum. Ich bin gespannt, wie viele Tolkien-Fans denn überhaupt noch kennen. Gun, Buri, Gun. So. Der sagt wahrscheinlich wirklich ... Also, ja, gut, natürlich, Tolkien-Experten sagt ja was, aber ist egal, es gehört jetzt auch nicht hierhin. Aber ich wollte noch mal kurz fragen, welches FSK hat die Serie? Puh, das ist eine gute Frage. Ja, weil irgendwie ... Ich denke 16. Also, ich dachte auch 16, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil 16, das wäre ja schon sehr arg hoch, dafür, dass man will, dass das alle sehen. Deswegen ... Aber 12? Ja, also, ich habe es nämlich nicht gefunden. Deswegen wollte ich noch mal fragen, ob ihr da schlauer seid als ich. Naja, also, ich meine, da sind ja auch schon ... Also, ohne jetzt so viel zu verraten, aber da ist ja auch ein Virtual-Reality-Aspekt zum Beispiel auch mit drin. Da werden dann ja auch schon so Sachen beschrieben in Hinblick darauf, dass man halt irgendwie stirbt in diesem Game. Und das ist dann schon ... Ja, gut, es wird ja nicht so direkt gezeigt meistens, aber ... Ja, es schwankt immer so zwischen 12 und 16 hin und her. Also, eine Folge, die fünfte Folge, die dürfte definitiv ab 16 sein. Ja, dann ist der Rest ja auch ab 16. Außerdem hast du ja noch ... Es gibt noch ein Ereignis, was auch jetzt nicht gerade ohne ist. Genau, genau aufgrund dieser einen Geschichte. Also, es ist auch zwischendurch ein bisschen brutal. Aber es gibt eine sehr, sehr brutale Szene, wo ich dachte, wow, also, wenn das hier nicht FSK 16, mindestens mal 16 ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ich finde, das sollte man vielleicht hier den Zuschauern auch noch mal klar machen, dass es durchaus auch blutig werden kann. Ja. Aber interessant, oder? Ich meine, wenn das nicht neugierig macht, eine Serie über Wissenschaft, über mysteriöse Rätsel, über philosophische Aspekte und Action. Also, ich meine, es ist wie Überraschungsei, oder du hast alles drinne. Spielspaß und Schokolade. Oh, Überraschungsei trifft es aber. Ich würde es aber eher ... Also, wenn ich dahingehend die Serie mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es Wundertüte. Und außer Wundertüte ziehst du sowohl tolle Sachen, als auch weniger tolle Sachen. Da ist sowohl ein Plüschtier drin, als auch der Zonk als Plüschtier, als auch der Zonk selber, sage ich mal. Genau. Das stimmt. Es war schon sehr gemischt. Also, auch im Hinblick auf das Pacing vielleicht noch mal so ein Punkt. Sven, hast du noch was, was du ansprechen möchtest? Nicht in diesem Teil. Nicht in diesem Teil. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir können als Fazit sagen, wir würden die Serie ... Also, ich würde ... Andersrum. Ich kann als Fazit sagen, ich würde die Serie empfehlen. Sie hat tatsächlich ein paar Stärken und ein paar Schwächen. Aber die Stärken überwiegen für mich deutlich die Schwächen. Und deshalb geht hin und guckt. Und danach hört das Hörspiel und dann lest das Buch. Ja, und danach hört unser Spoiler-Cast. Oder irgendwo dazwischen und außerhalb, ja. Okay, aber dann haue ich. Kurzes Fazit. Ich hatte meine Probleme am Anfang. Nach zwei Folgen war ich drin. Ich fand sie gut. Sie hat ihre Schwächen. Aber man sollte auch dieser Serie tatsächlich eine Chance geben. Und wenn man ab der dritten Folge, denke ich, nicht drin ist und sagt, oh, ich weiß nicht, dann sollte man es auch lassen. Aber ist jedem selbst überlassen. Ich hatte meinen Spaß. Mhm. Ja, gut, kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Also sehenswert ist das Ganze durchaus. Man sollte hier jetzt nur absolut nicht das neue Game of Thrones oder sonst was erwarten. Es ist was völlig anderes. Auch wenn man, wie gesagt, viele alte Bekannte wieder trifft, ob jetzt vor oder hinter der Kamera. Ja, ich bin gespannt, ob das Ganze eine zweite Staffel bekommen wird. Wie es überhaupt insgesamt aufgenommen wird. Äh, man kann allerdings schon reinschauen. Es ist schon sehr hochwertig gemacht teilweise. Also man merkt schon, dass die echt Geld in die Hand genommen haben dafür. Insbesondere dieser ominösen fünften Folge, über die wir jetzt gleich sprechen. Ja, und ansonsten würde ich auch durchaus eine Guckempfehlung abgeben für Netflix. Äh, und ja, ihr schaut erst die Serie und hört dann, äh, den Spoiler-Teil, den wir jetzt hier dranhängen. Das heißt nochmal an der Stelle hier, ganz große Spoiler-Warnung. Wenn ihr, äh, das Ganze noch nicht zu Ende gesehen habt oder wirklich noch schauen wollt, dann macht jetzt hier wirklich aus, weil ab hier, äh, wird offiziell mit den Trisolariern kommuniziert. Ja, womit fängt man an? Ich würde sagen, wir treten mal die Tür ein. Die ersten vier Folgen, oder die ersten zwei Folgen, haben wir ja schon gesagt, sind ein bisschen müßig. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß, also auch wenn es einen gewissen Cringe-Faktor hatte, aber ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Virtual-Reality-Nummer. Wie ging's da euch? Ich fand die Virtual, ich war gespannt, wie sie Virtual-Reality umsetzen. Tatsächlich, also vom Buch her, man hat ja so viel, also gerade dieser Teil, finde ich, funktioniert halt im Kopf natürlich ganz wunderbar. Und wie das dann optisch umgesetzt wird, da war ich sehr neugierig drauf. Ich finde, das ist ganz gut gelungen. Grundsätzlich finde ich, jetzt sind wir ja im Spoiler-Teil, wenn du mich jetzt fragst, worum geht die Serie, dann kann ich jetzt einfach sagen, und ich finde, das hat der Trailer, den wir gesehen haben, auch schon ein bisschen nahegelegt. Es geht darum, dass die Erde mit einer Alien-Spezies kommuniziert und wir herausfinden, dass Aliens auf dem Weg sind, um die Erde, man weiß es nicht so genau, entweder als Fluchthafen, wo sie, also Refugees quasi, zu benutzen, oder aber sie einzunehmen und irgendwie die Menschheit zu unterdrücken. Das ist am Anfang noch nicht so ganz klar. Aber es ist ein Klassiker, man kommuniziert mit Aliens und die Aliens sind auf dem Weg zu uns, Plot. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues. Aber das ist natürlich was, worum es geht. Deswegen, das ist eigentlich sehr, sehr klassisch. Und wie das aber aufgestellt wurde und wie man zu diesen Erkenntnissen kommt und wie die verschiedenen Dinge miteinander verflochten sind und was auf der Erde alles passiert, während man weiß, dass die Aliens auf dem Weg zu einem sind, es dauert ja nur 4.000 Jahre, bis sie da sind. 4.000. Ähm, nee, 4.000. 4.000. Es dauert ja nur 4.000 Jahre, bis sie da sind. Ja, das ist ja das Spannende. Und das Fazit, das ich aus dem Ganzen heraus ziehe bei dieser Geschichte ist, wie immer, die Schlimmsten sind doch die Menschen selber. Also lass die Menschheit doch nicht, also die Menschheit, ja, das ist nämlich die große Frage, ist die Menschheit überhaupt wert, gerettet zu werden oder nicht? Und daran spielen sich dann die verschiedenen Episoden ab, wie zum Beispiel dieser ganze Teil mit der Virtual Reality. Und was hat das damit zu tun? Und am Anfang denkt man ja noch, die Aliens versuchen irgendwie mit einem zu kommunizieren und so weiter. Und am Ende stellt sich dann heraus, und ich finde, wenn das so deutlich gesagt wird von dieser einen Figur in der Serie, dann öffnet das einem so alle Augen, dass das nichts anderes ist, als ein Recruiting-Tool von den Aliens, um die Menschen, ja, ich weiß nicht, als billiges Werkzeug für ihre Zwecke zu missbrauchen. Wobei sich das ja schon im Verlaufe entwickelt, ne? Also eigentlich sind die am Trisolare ja am Anfang ja eigentlich gar nicht feindselig. Und dann... Sehen sie das wirklich nicht? Ich finde, das ist nicht so klar. Ja, obwohl, du musst bedenken, sie können ja nicht lügen, beziehungsweise sie kennen das Konzept von Lügen und Täuschen nicht. Sie lernen das ja erst durch die Menschheit. Ja, aber ist das nicht großartig? Das war auch die beste Szene für mich. Also die, wo... Also mit die beste Szene, wo Jonathan Price mit dem Lord, der aus irgendeinem Grund eine weibliche Stimme hat, kommuniziert und dann dieses Konzept aufkommt von wegen, was sind Lügen, was sind Täuschungen und dann, ja, wir wollen nicht mit euch koexistieren, wir haben Angst vor euch und wir wollen euch auslöschen. Da muss ich übrigens auch sagen, diese ganze Szene, die man ja auch schon im Trailer sieht, dieses You Are Bugs, also, dass das halt wirklich weltweit auf absolut jedem Bildschirm auftaucht, also selbst auf dem Diktiergerät von der Chinesin. Musste noch jemand an Man of Steel denken? Nee. Nein? Sorry. Nein, 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 da gibt es so eine ganz ähnliche Szene. Also Man of Steel ist ja im Grunde auch in der zweiten Hälfte ein Alien-Invasionsfilm, ne, und da kündigen die sich dann ja auch an mit You Are Not Alone, ne? Naja, egal. Ich finde aber, an diesem Beispiel zeigt sich etwas und das ist genau das, was wir der Serie auch vorwerfen. Du hast durchaus wirklich super interessante, ich sag jetzt mal, Plottwists oder Ansätze. Zum Beispiel dieses Konzept, dass die Aliens nicht wissen, was Lüge bedeutet und dass sie durch die Menschheit das erst lernen und dann aber als Konsequenz daraus auch sagen, wir haben Angst, wir haben Angst vor euch, wir müssen euch zerstören. Das ist die einzige Option, die uns bleibt, wenn ihr lügt, wenn ihr also diese Art von Existenz habt und das für euch völlig normal ist, dann ist das eine Bedrohung für uns. In dem Zusammenhang, finde ich, kann man die Aliens zum Beispiel auch gut verstehen. Ja, natürlich. Das ist ein Konzept oder das ist auch so eine Szene, das fand ich super spannend. Ja. Einen interessanten Ansatz fand ich auch zum Beispiel, wir haben ja hier, ich hab ja gesagt, es kommen verschiedene Aspekte rein, wir haben ja auch diese ganze, diesen ganzen Kult, der sich quasi darauf vorbereitet, dass die Aliens irgendwann mal auf die Erde kommen und die die Aliens ja unterstützen wollen und da in dem Zusammenhang hab ich echt zwischendurch ein paar Mal gedacht, ja, die Menschen selbst sind eigentlich echt das Schlimmste, weil dieser ganze Kult von wegen, ja, Gotterhöhung, also die machen ja eben die Aliens oder den einen, einen, mit dem sie kommunizieren, ich weiß ja auch nicht so genau, einer, mehrere, wie auch immer, machen sie ja zu ihrem Lord, also Lord ja auch im Sinne von Gott und mein Herr, mein Gebieter und übrigens auch sehr, und dann aber auch wieder dieser interessante Aspekt, dass sie hier eine weibliche Stimme genommen haben, um einfach auch die klassische Vorstellung des Gottes als Mann in Anführungszeichen zu brechen. Ich finde ja auch. Das zum Beispiel fand ich auch, fand ich auch einen sehr schönen Aspekt, aber dann hast du wieder so ganz krasse Klischee-Dinger wie you are Bugs, ja, wo ich mir denke, es hätte nur noch gefehlt, das schwarze Ecker um die Ecke kommt und sagt, we will be back. Also, weißt du, du hast, du hast so diese zwei Dinge nebeneinander, du hast Sachen, wo du denkst, ach, das habe ich so in einem Sci-Fi-Film oder in einer Serie noch nicht gesehen, das finde ich wirklich mal interessant oder ach, das finde ich mal ganz, ganz spannend aufgedröselt, so in der Art, sieht man auch nicht so häufig und dann hast du wieder solche Sachen wie, ihr seid irgendwie nur die Ungeziefer unter unserem Stiefel, die es zu zertreten gilt, also, und da eine Balance zu finden, da tut sich die Serie manchmal echt schwer und das ist auch genau das, was wir im Pacing haben. Ja. Dieses, dass sie es nicht so hinkriegen, irgendwie so, also so eine richtige, die Spannung an den richtigen Stellen aufzubauen, ja, das ist dieses, das ist genau das, dieses, was ihr auch mit wellenartig bezeichnet habt, dass sie es irgendwie, ja, nicht so richtig hinbekommen. Also, viel kriegen sie schon richtig hin, zwei Drittel bin ich wirklich zufrieden mit und ein Drittel bin ich so, hm, hm, hm. Und das ist vielleicht das letzte Drittel, oder? Ja, leider. Die letzten drei Episoden, ich will nicht sagen, sie haben mir die Serie versaut, das definitiv nicht, weil so schlimm war es nicht, aber das Ende hat mich dann doch so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Ja, vor allem nach dem, also wie gesagt, nach der fünften Folge war ich wirklich dermaßen, dermaßen an Bord. Ich dachte mir, meine Fresse ist das geil. Herr, pun intended, du warst an Bord. also, 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 noch mal einer sagen, ich wäre gewaltgeil. Ohne dies. Nein, aber ernsthaft, die fünfte Folge war doch dahingehend wirklich, also, in der fünften Folge nahm es wirklich Fahrt auf, dann auch mit, das kann ich jetzt auch hier, hätte ich eigentlich auch im Spoiler-freien Teil sagen können, ist egal, Liam Cunningham und Benedict Wong sind mit das Beste an der Serie. Das sind so herrlich verschrobene, verknarzte Figuren und gerade wenn die beiden aufeinandertrafen, fand ich das wahnsinnig unterhaltsam. Generell, Benedict Wong hat mir mit am besten gefangen. Ja, super, super, super und auch irgendwie so desillusioniert von seinem Job und von seinem Leben und irgendwie, ja und deswegen, also, ich fand die letzte Szene, wo er ja dann die zwei mitnimmt und da irgendwie zu diesem Sumpfgebiet oder diesem überschwemmten Gebiet führt und dann eben sagt, ja Leute, wir mögen Ungeziefer sein, aber Ungeziefer, das ist das, was seit Jahrtausenden auf dieser Erde überlebt. Und die überleben selbst einen Atomschlag, so nach dem Motto, also so hier unsere Kakerlacken und so. Das fand ich, diese Szene fand ich an sich schon gut. Also deswegen, weil ich meinte, das Ende hat mich so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Die Szene war ein guter Schlusspunkt, um dann vielleicht auch zu sagen, wir setzen noch eine neue Staffel oder sowas da vielleicht dran, man weiß es nicht. Aber, ja, aber die letzten drei Folgen, also das, was halt nach Folge 5 kam, das, ja, das hat dann so ein bisschen storymäßig, ja, die Spannung wieder rausgenommen. Und wenn wir von Folge 5 sprechen, ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass wir die alle am besten fanden. Und vielleicht auch, weil sie so radikal war. Also du hast in Folge 5 mehrere Plots oder mehrere rote Faden, die sich seit Folge 1 entwickeln, die da ihren Höhepunkt haben. Ja. Und unter anderem gibt es eben eine ganz krasse Szene und rein vom logischen Aspekt her ist sie super verständlich, aber optisch ist es halt echt richtig krass gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es so zeigen, wo halt, ja, im Grunde, ähm, wie unsichtbare, wie so ein unsichtbares Fadennetz gespannt wird. Ja. Das ist fürs Auge nicht sichtbar. Und ein Schiff, auf dem halt dieser Kult sich befindet, gegen dieses Netz fährt und diese Fäden so scharf sind, dass sie quasi durch dieses Schiff durchschneiden. Also so wie wenn man Ei oder Käse durch so ein Sieb drückt. Ja, das, wow. Und, und genau das passiert eben auch. Also, und es ist nicht nur das Schiff, das sich dann in ein Scheibchen zerteilt. Alles, alles. Sondern auch alle, die auf diesem Schiff halt anwesend sind, inklusive der ganzen Menschen. Und man kriegt wirklich gezeigt. Und ich dachte so, wow, dass sie das gezeigt haben, das hätte ich nicht erwartet. Wie eben diese Körper komplett zerschnitten werden und dann so als Fleischklumpen entwürfeln und Scheiben, blutspritzend auf dem Boden übrig bleiben. Und ich dachte so, wow. Und da war ich auch kurz, kurz, ja, ich habe kurz überlegt, ob das sein muss. In dieser Deutlichkeit. Sven, wie, 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 wir haben ja, wir sind jetzt hier im Spoiler-Freien Teil. Sag doch mal, wie hat denn die ganze Sequenz auf dich gewirkt? Ich fand es interessant, aber ich habe mich so als gefragt, warum habt ihr es nicht einfach abgeschossen? Oder warum habt ihr es nicht einfach gekapert? Also einen immensen Aufwand zu betreiben, um ein Schiff zu zerstören und alle drauf zu töten, hätte man auch unter Wasserminen legen können oder sonst irgendwas. Also man wollte eigentlich die absolute Zerstörung des Kultes, also sprich alles menschliche Leben, ohne die eigentlichen Daten, die auf dem Schiff sind, also Computer und was da alles an geheimen Informationen usw. gesammelt worden ist, ohne die eben zu zerstören. Ja, man hätte jetzt aber auch einfach mit dem Petabyte ein Team reinschicken können. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber hätte man alle Menschen erwischt, hätte man wirklich den Faktor Mensch komplett auslöschen können, das Risiko wäre immer da gewesen. Ich weiß es nicht, das ist ja... Es ist vielleicht natürlich dann auch ein bisschen foreboding, ne, von wegen, weil ich meine, das hat ja schon was von dem Genozid, was die da gemacht haben. Und das wird ja auch schon, das wird ja auch gut aufgezeigt, dass auf dem Schiff auch wirklich Familie mit Kindern sind und so, ne. Das wird ja schon gezeigt auch, ja. Ja, aber ich, also, nachdem ihr da gesagt habt, ach Gott, Staffel 5, also Folge 5, ich habe sonst was erwartet, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht befinden wir uns hier schon in einer kompletten Virtual Reality, die mich am Anfang die ersten zwei Folgen auch echt genervt hat, muss ich sagen. Ich fand so ein bisschen, dachte ich, oh ne, komm, ob jetzt den Ganzen, aber jetzt kommt mir nicht mit dem Blödsinn, ist das jetzt echt oder ist das jetzt nicht echt oder sonst was? Oh ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ne, ne, das ist nicht Westworld hier, ja. Ja, aber, ja, da habe ich mal wirklich, ich fand's, ja, ich fand's interessant, aber ich habe mir als gedacht, ob es, ist der ganze Aufwand, ist das das echt wert? Und, ja. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Also wirklich, da habe ich gedacht, naja gut, es ist optisch, es ist gut gemacht, das sieht deftig aus und es gibt natürlich auch noch andere, ein paar andere deftige Szenen und da, das reißt sich auch so ein bisschen wieder raus aus dem, oder macht sich auch so ein bisschen, oder hat mich auch so ein bisschen aufgeweckt, von wegen hier, guck mal, was wir auch machen können. Aufgeweckt! Und ich dachte noch, okay, krass, was ist jetzt los, gibt's jetzt Krieg, gibt's jetzt komplette Massenzerstörung? Ja, vor allem, du hast ja, ich meine, du hast ja erst die Sequenz mit im Schiff und als du dir dann denkst, hey, das reichte doch jetzt, dann setzen die noch einen drauf. Ja, das stimmt, ja. Na? Und zu der Stimme möchte ich nur sagen, ich denke, man hat diese Frauenstimme einfach genommen, weil sie nicht so bedrohlich klingt. Ja. Egal, wie sie es sagt. Du hast immer noch dieses, das hört sich jetzt böse an, aber dieses, ah ja, es ist eine Frau. Ah ja, wie böse kann die schon wirklich sein? Ja, die klingt auch wie eine KI-Stimme eigentlich fast schon, ne? Ja, ja, genau, genau. Und was ich halt an der ganzen Sache, was ich finde, was der ganzen Story, auch diesen gewissen Bedrohungsfaktor ein klein wenig nimmt, ist die Tatsache, die kommen erst in 400 Jahren. Ja! Und Saul sagt es, und Saul sagt es auch, eben, in 400 Jahren, was interessiert mich das? Ja, das interessiert mich einen Scheiß, keine Ahnung, wie es in 400 Jahren hier aussieht. Ja, ob wir dann überhaupt noch da sind, ja. Eben. Und das ist so der Aspekt, wo ich gedacht habe, damit hast du gerade eben ein bisschen den Spirit der Serie gekillt. Gerade auch mit dieser Aussage. Und das hat dann auch trotz des Auges, das dann auch wieder weg ist und wo ich mir denke, ah komm, Kinder, da hätte der, so. Das nimmt die Dringlichkeit raus, ne? Das nimmt, ja, das nimmt dir einfach auch die Angst weg, weil scheiß drauf, was in 400 Jahren ist. Ja, gut. Da fand ich die Story mit Will, die ich übrigens am Ende, am Schluss, was mit Will dann wirklich passiert, was man dann auf dem, was man dann, obwohl, dürfen wir es sagen, oder? Ja, wir sind jetzt im spoilerfreien Teil. Ja, ja. Also wie Will mit der Rakete abgeschossen wird und dann seine optimale Flugbahn verliert, das fand ich schon ziemlich traurig, muss ich sagen. Der hatte mir echt, haben sie mir echt ziemlich leid. Ja, wobei, ich bin ganz ehrlich, ich habe diesen ganzen Plot nicht so wirklich kapiert. Also, ja. Genau, also ich wusste, ich weiß, was sie mit vorhaben, aber das sind so diese wissenschaftlichen Aspekte, wo ich gedacht habe, das hätte da ein bisschen besser ausbauen können. Jetzt nicht, dass wir genau ins Detail gehen, aber es, das ist mir einfach, das passiert so ein bisschen nebenher. Wir machen jetzt das mit ihm, wir machen jetzt das mit ihm und dann kommt Jinn schon rein und dann liegt er schon da und sie haben das Gehirn rausgeholt. Ja. Wo ich gedacht habe, okay, das ist schon traurig, dass sie zu spät kommt, aber irgendwie hat mir da der, der Spannungsaufbau auch ein bisschen, ja, der ist da wieder so ein bisschen aus den Fugen geraten und war nicht wirklich da, obwohl das ja wirklich was Wichtiges ist für, für alle. Ja, ja, natürlich, klar. Aber, aber du hast einfach, ja, ich meine, die bauen es ja schon relativ früh auf mit Will und seinem, sein, ja doch, Krebs hat er, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, äh, das, das, äh, etablieren sie ja schon relativ früh, aber obwohl du so viel Zeit damit verbringst, ich meine, also dieser Plot mit dem Krebs, der läuft ja eigentlich die ganze Zeit nur so nebenher und ich hab mich zwischendurch gefragt, wofür ist der jetzt eigentlich da? Gut, er hatte dann zwar natürlich nach hinten raus Relevanz, aber zum einen versteh ich nicht so wirklich diese, diese Idee, das Hirn von dem ins Weltall zu schießen? Äh, dann auch, warum da die Rede von ist, ja, hier, mh, der, der braucht ja Nahrungsmittel und ich denk mir so, ey, der hat keine Augen, der hat keinen Mund, der hat gar nichts. Und zum anderen, ja, obwohl dieser Plot die ganze Zeit nebenher gelaufen ist, das ist halt das Problem, er ist nebenher, gut, das soll er natürlich auch sein, um dahingehend dann auch vielleicht so ein bisschen zum Ende in die Erwartung zu untergraben, also von wegen, oh, das wird ja jetzt doch nochmal wichtig. Aber sie haben halt die Zeit, äh, die das nur im Hintergrund so, sag ich mal, mitgegärt ist, haben sie halt nicht genutzt, um das Ganze irgendwie, also weiß ich, es soll ja total emotional sein, aber es hat mich wirklich, es hat mich wirklich überhaupt nicht erreicht. Also wirklich gar nicht. Das wirkte auf mich im Gegenteil auch alles sehr klischeehaft umgesetzt. Und dann auch so dieses, äh, weiß ich nicht, um das dann irgendwie auch emotional noch ein bisschen zu verknüpfen mit hier, äh, Jin Cheng, also der Figur von Jess Hong, die ich übrigens ziemlich gut fand, das ist ja eine relative Newcomerin, das hat, das, das ist für mich auch nicht aufgegangen. Also, das, äh, es ist nicht so, dass mir alle Figuren scheißegal sind, aber so wirklich Anteil nehmen an deren Schicksal kann ich nicht und, äh, das ist dann im Hinblick auf John Bradley auch sehr schade, was jetzt generell die Figuren angeht, weil es war wirklich so, also wir können ja jetzt offen drüber reden, ich hab mir wirklich so gedacht, ach ja, also die anderen Figuren sind ja alle so, okay, aber John Bradley macht schon irgendwie Spaß. Zack, ist er weg. Und in dem Moment wird er genau, in dem Moment wird er umgebracht, so ging mir das auch. Ja, wirklich. Du denkst dir so, ey, irgendwie ist der schon ein cooler Dude. Ja, natürlich auch ein bisschen klischeehaft, aber, äh, die, die Performance macht irgendwie Spaß und zack, ist er weg. Und bei, bei Jonathan Pryce war das genauso. Dachte ich mir so, wow, wir haben jetzt diese mega geile Szene, wo der mit dem Lord wirklich, da, da hast du auch gemerkt, wenn die mal Szenen haben, die wirklich mal so länger stehen bleiben können und wirklich nur auf Dialogen aufbauen. Ich meine, wenn du diese Szene runterbrichst, dann ist es einfach nur Jonathan Pryce, der von einem Mikrofon sitzt, ja? Und trotzdem hängst du an seinen Lippen, das ist ein gutes Schauspiel, aber dann merkst du, da hat die Serie endlich mal den Fokus und muss nicht ständig von einer Figur zur anderen und von einem Schauplatz zum anderen springen. Aber da war dann auch wieder so, erst ist das so geil etabliert, das ist wirklich so eine geile Szene. Und dann ist Jonathan Pryce weg. Das war, das war echt. Und auch so dieser ganze Kult, muss ich leider sagen, das habe ich auch nicht so richtig, also man, man versteht zwar, warum diese, ähm, äh, ähm, ach hier dieser, ich, ich sage jetzt nicht den Namen hier, diese Wissenschaftlerin aus China, warum die so ein Rochus auf die Menschheit hat, aber dass die dann, also so, so wirklich deren Motivation habe ich auch nicht so wirklich zu fassen bekommen, dass die jetzt praktisch die Menschheit einer Alien-Spezies Pfeil bietet, mehr oder weniger. Da wollte ich euch nämlich gerade fragen, wie ihr diesen Plottpunkt findet, weil ich finde nämlich tatsächlich, ich weiß es nicht, ich, das ist, ja, hm, genau. Also mir ging's da ähnlich. Es geht ja, also erst mal war es für euch, wie war es für euch, das war ja dieser Big Reveal, diese große Enthüllung, dass sie eben, also je, wenn je, dass sie hinter, ja, dieser ganzen Organisation steckt, dass sie das im Grunde begründet hat und dass sie am Ende auch diejenige ist, die im Grunde daran schuld ist, dass die Aliens auf die Erde kommen, weil sie den Aliens, also ich finde ja eigentlich den Gedanken gut, die Geschichte ist ja eigentlich, sie wird durch verschiedene politische Verstrickungen, landet sie bei einem geheim chinesischen Projekt, das versucht mit vermeintlichen außerirdischem Leben zu kommunizieren und tatsächlich ist es an einem Tag so, dass jemand antwortet, da hat ja keiner mit gerechnet, sie am wenigsten und dann, und statt das dann irgendwie an die große Glocke zu hängen und ihren Vorgesetzten weiterzugeben, ist sie so desillusioniert und frustriert und enttäuscht von der Menschheit an sich, übrigens aufgrund der politischen Verwicklung, die sie durchlaufen ist in der chinesischen Kulturrevolution, dass sie sagt, die Menschheit ist so kaputt und zerstört und böse und verrottet in ihrem Kern, dass sie es nicht wert ist, gerettet zu werden und deswegen schreibt sie zurück, kommt und zerstört uns und ich helfe euch. Und dass an diesem Dreh- und Angelpunkt die ganze Story aufgemacht wird mit daraufhin, an diesem Punkt hat sich ja alles entwickelt, da ist diese Geheimorganisation von ihr gegründet worden, der dann diese kultartige Verehrung der Aliens eben nach sich zieht. Da kommt dann auch, da kommen dann auch die Wissenschaftler teilweise mit ins Spiel, da gibt es verschiedene, also Kreuzgeschichten und so weiter. Und ich weiß nicht, also ich finde, ich weiß nicht, also ich finde, dass es schwächelt für mich als Motiv tatsächlich. Plus, aber was ich gut finde, ist, wenn man diesen Gedanken mal zu Ende denkt. Im Grunde ist es nichts anderes als eine riesige Kritik an, vielleicht in erster Linie, wenn man es auf einer ersten Ebene sieht, an der chinesischen Kulturrevolution eventuell, aber generell an Politik. Also wie eben Politik und die Menschen und wie sie sich selber, also wie sie herrschen und beherrschen wollen und so weiter, was also im Menschen als Ur-Eigenschaft drin liegt, wie das eigentlich am Ende vielleicht auch das ist, was die Menschheit zerstört. Also ich finde so diesen, weißt du, was ich meine, so diesen größeren Gedanken, der da drinsteckt, das finde ich, das finde ich, das ist wiederum, finde ich, sehr, sehr spannend. Ich finde es auch in Hinblick auf die, also da würde ich auch mitgehen, in Hinblick auf ihren Charakter in den 60ern macht das auch noch Sinn. Also in welchem Umfeld die da agiert und dass sie dann eben, das ist ja auch ganz klassisch, dass sie eben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Waffe, die sie da entwickelt, also angenommen, man überträgt das jetzt zum Beispiel mal auf jemanden wie, wie, wie hier, ich glaube, der war ja auch an Oppenheimer angelehnt, hier, ach, Mats Mikkelsen hier in Star Wars als, als Architekt des Todessterns. Ach so, ja. Der wird ja auch dazu gezwungen, den zu bauen, aber baut da eine Hintertür ein, sodass die Möglichkeit besteht, dass, dass man das Ding zerstören kann. Also, dass sie das eigentlich von innen heraus sabotiert und das ist ja eigentlich so ähnlich, beziehungsweise, dass sie, letzten Endes richtet sie eigentlich die Waffe, die sie da bauen soll, richtet sie eigentlich gegen ihre Auftraggeber. Nur halt, ja, mit gewaltigem Verzug. Und da sind wir vielleicht so bei der Sache. Ich finde, die alte Wissenschaftlerin und ihre junge Ausgabe, die passen nicht zueinander. Also, ich habe mich auch gefragt, wenn die die ganze Zeit den Plan hat, die Menschheit zu verdammen, warum setzt sie dann überhaupt eine Tochter in die Welt? Warum gründet die überhaupt eine Familie? Warum, äh, das und das? Und das finde ich eigentlich schade, weil ich muss sagen, ich fand eigentlich ihre gealterte Version von dieser Schauspielerin, die ich auch schon mal gesehen habe. Ich glaube, in Mulan war die auch drin. Ganz viel. Die hat ganz, ganz viel gemacht, ja. Ja, ja, die, die ist so eine Art Gong Li praktisch oder Michel Yeo, ähm, wenn auch noch nicht ganz so einen hohen Stellenwert. Aber die, die fand ich eigentlich interessant. Also, auch wie die da total abgeklärt dann in diesem, diesem, äh, äh, Verhörraum sitzt in manchen Szenen, ne? Also, wie, wie sie die dann da aufgegabelt haben. Aber das mit ihrer ganzen, ich sag jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen Sekte, äh, das, das knarzt für mich irgendwie so an verschiedensten Stellen. Und das ist schade, weil das hätte man durchaus auch noch ein bisschen, bisschen mehr erforschen können. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das in der Vorlage ist, aber ich denke mal, ich meine, die Serie hat ja schon eigentlich, was so die Ereignisse angeht, ein relativ straffes Tempo. Also, da wird wahrscheinlich deutlich mehr Platz in der Vorlage für sein, für sowas, ne? Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Wobei es für mich am Anfang so eine, so eine klassische, also für mich ist es eigentlich eher eine typische Rache-Story. Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde nett, dass sie jetzt komplett desillusioniert ist, weil nachdem die Lage sich in China, also sich wieder einigermaßen normalisiert, ist sie ja auch doch schon wieder aufgeschlossen und zeigt auch wieder ein bisschen Lebensmut und sagt, sie ist jetzt Professorin hier und ich denke da in der Monster-Parabol-Antennen-Station ist es einfach so, dass die sagt, okay, alles klar, ihr habt mir so viel Leid zugefügt, das werde ich euch jetzt auch zufügen. Ja. Und das ist, da gibt es so Szenen, wo am Computer steht, nicht antworten. Antworte nicht. Und ich bin Pazifist, die anderen sind es nicht. Ja, ja. Und das sind so Momente gewesen, da hätte man, meiner Meinung nach, das ist auch wieder so ein, so ein, da hätte man noch mehr dran setzen sollen. Ja. Ich weiß, weiß nicht, keine Ahnung, ob es das Buch dann, dann hergegeben hätte, aber wenn sie sich schon so viel erlauben, hätte man da vielleicht auch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr an der Spannungsschraube drehen sollen und das vielleicht ein bisschen mehr vertiefen sollen, weil das wird auch wieder so schnell abgehandelt und dann, ich meine, du hast es immer wieder im Hinterkopf und es taucht dann zwischendrin auch wieder auf und du denkst, okay, gut, das war vielleicht keine gute Idee, denen Bescheid zu sagen, aber für den Moment und für die Serie hätte es da, glaube ich, echt gut getan, wenn man da die Schrauben nochmal angezogen hätte. Ja, würde ich durchaus mitgehen. Also das kommt wieder auf dieses Wellensymbol, kommst du ja wieder bei raus, aber das ist halt was, wo ich mir denke, das ist einfach schade, weil das ist verschenkt und die Spannung baut es ja auf, also die Spannung ist ja da, man hätte es nur ein bisschen ausschmücken können vielleicht noch, aber gut. Ja, ich meine, wir lernen ja über dieses Videospiel, lernen wir ja auch relativ viel über die Trisolaria, ne? Genau, weil das ist nämlich der zweite Aspekt, warum wir diese Virtual Reality Story brauchen, es ist nicht nur ein Recruitment Tool, sondern es ist gleichzeitig, kriegen wir eben darüber ganz, ganz viel über diese Aliens auch schon erzählt und was für eine Art von Gesellschaft uns da präsentiert wird und warum zum Beispiel sowas wie Lüge oder so vielleicht auch bei denen nicht existiert. Ja, fand ich auch sehr spannend, also ja, die ganzen, gut, die ganzen Virtual Reality-Dinger, das ist total drüber, da haben sich ja auch schon viele in den Trailern beschwert, dass das ja total nach Stagecraft aussieht und total unecht, aber jetzt mal ehrlich, es soll ja auch unecht sein, also diese ganze Künstlichkeit, die fand ich überhaupt nicht problematisch und das Ganze ist ja auch wirklich total überspitzt und hat auch wirklich, also das hat ja Bilder, die hast du ja wirklich noch nie gesehen, also die Krönung ist doch wirklich dieser Armee, die praktisch ein einziger großer Algorithmus ist und sich dann immer nach, also, ja. Also quasi ein lebender Computer, lauter 1 und 0. Genau, genau und wirklich die größte, es ist glaube ich die größte Armee, die ich jemals gesehen habe, also da ist wirklich, da verblasst Heider Ringel glaube ich noch gegen und den Auftritt von Mark Gatiss fand ich da auch sehr trollig an der Stelle. Ja, 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 ja. Ich dachte mir so, weil er ist ja auch noch, er ist ja auch noch, Britten-Marie, vielleicht ist dir das nicht bekannt, er ist ja auch aus Game of Thrones, ne? Ja, also ich glaube, der hat überall irgendwo mal mitgespielt, aber okay. Ja, ja. Ja, ich habe eine Frage an euch und zwar, das fand ich am Ende etwas verwirrend, nee, Entschuldigung, das fand ich am Anfang etwas verwirrend, am Ende wiederum löst sich das ja alles auf, weil man dann plötzlich versteht, ach, so gehört das alles zusammen. Deswegen ist uns dieser rote Faden, also dieser Faden an Story erzählt worden und deshalb ist uns dieser Faden an Story erzählt worden. Man fragt sich ja dann zwischendurch doch schon mal, warum, keine Ahnung, so viel Fokus auf die Virtual Reality Storyline gelegt wird oder so viel Fokus auf die Storyline von den Wissenschaftlern, die sich plötzlich alle umbringen und so weiter. Also was hat das irgendwie miteinander zu tun? Ja. Und das löst sich am Ende ja auf, weil dann einem ja plötzlich klar wird, ach, so hängt das alles zusammen. Und wenn dann so, und wenn man das so hinbekommt, dass am Ende dann plötzlich einem wie Schuppen ist, wie Schuppen von den Augen fällt, dann ist es für mich eine gut konzipierte Geschichte. Aber meine Frage an euch ist, ob ihr das Gefühl hattet, dass wir zu viele Storylines nebeneinander erzählt bekommen haben, ob euch das verwirrt hat als Zuschauer oder ob ihr es dann am Ende okay fandet. Also verwirrt hat es mich nicht. Oder hast du das Gefühl gehabt, du bist hängen gelassen worden mit irgendwas, was sich nicht aufgelöst hat oder so? Eigentlich nicht. Das ist ja eher so das Problem bei der Serie, dass viele Sachen etabliert und dann irgendwie doch zu schnell aufgelöst und dann so ein bisschen abgehakt werden. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem von Romanverfilmung, dass man halt das Gefühl hat, oh, hier wird ein Plotpoint nach dem anderen abgehandelt und hier wirkte das mitunter so. Also insbesondere diese Virtual Reality Sache, das wirkte da ein bisschen episodenhaft auf mich, aber das lässt sich natürlich durch, also bedingt durch die, ja, durch die Dramaturgie dieses Videospiels lässt es sich halt nicht vermeiden, weil die kommen ja von einem Level zum nächsten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da hatte ich auch so ein bisschen das Problem mit, dass Jess Hongs Figur oder wie, wie hieß die? Äh, doch genau, Jess Hong. Die schien mir manchmal ein bisschen zu schnell, also klar, die sind natürlich intelligente Wissenschaftler und so, aber die schien mir dann manchmal doch ein bisschen zu schnell zu verstehen, worauf die jetzt hier eigentlich genau hinaus wollen mit dieser ganzen Videospiel-Virtual-Reality-Masche. Das flog der manchmal fast ein bisschen zu sehr zu, hatte ich das Gefühl und da hätte John Bradley dann vielleicht auch ein bisschen mehr sich irgendwie einbringen können, weil der wirkt manchmal fast so ein bisschen Tump in dem Ganzen, auch wenn das sicherlich manchmal, äh, äh, also das ist sicherlich auch relativ amüsant alles. Äh, ich weiß gar nicht, Sven, wie hat generell denn dieser ganze Videospiel-Plot auf dich gewirkt? Ja, am Anfang hat es mich ein bisschen genervt und dann ist es ja immer so, dass ich immer gedacht habe, okay, da muss doch natürlich ein tieferer Sinn dahinter stecken. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, die, äh, Santee gehen hin und ich habe das nicht als, also ich habe das auch als Rekrutierung gesehen teilweise, aber mir kam es am Anfang eher so vor, dass sie um Hilfe bitten und sagen, ey, wir haben dieses Problem, können wir das lösen und nicht, ähm, das ist ein Problem, ihr habt aber verstanden, dass wenn einer überlebt, alle überleben und, äh, wir sind auf dem Weg zu euch. Und hätte man da diesen Aspekt übrigens, wir kommen erst in 400 Jahren, weggelassen, Ja. Hätte, wäre, wäre halt dieses Bedrohungsszenario für mich noch ein bisschen besser, also hätte für mich viel, viel besser funktioniert und dann auch noch das Auge und alles drum und dran, aber bei dem Virtual Reality, ja, ich, ich, ich habe, ich habe immer irgendwo nach Sinn und sonst irgendwas gesucht und dachte, okay, gut, das kann, nee, so einfach ist es nicht, da muss es was ganz Abgefahrenes geben. Gibt es ja auch. Also ich sage nur, die, 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 wie, wie ist das hier, also als, als sie mal demonstrieren, wie das mit diesen drei Sonnen ist, dass die praktisch, äh, ausgebrannt werden, diese Zivilisation und dass die, wie, wie war das jetzt mal, wie, allein, wie die ihre Toten irgendwie konservieren, also, dass die die zusammenrollen, wie so ein Fleisch. Rehydration. Ja, oh mein Gott, ist das ein weirder Scheiß gewesen. Ja, das fand, das fand geil. Aber auch irgendwie geil, weil da habe ich so auch noch nie gesehen. Nee, absolut nicht, noch nie, nein, nein, also das ist mit die abgefahrenste Scheiße in der ganzen Serie, das fand ich schon, ich, ich, ich fand's geil, ich fand's geil, ja. Aber es ist halt, wie du auch schon gesagt hast, ja, es sind, ich weiß, ich wiederhole mich, hab's, glaub ich, auch schon dreimal gesagt, es werden einfach gewisse Teile viel zu schnell abgearbeitet. Da hab ich mir auch gedacht, vielleicht hätte zwei Folgen mehr, in dem Fall, wirklich besser getan und eine andere Struktur. Da wären wahrscheinlich die, die Buchliebhaber komplett amok gelaufen, aber als Nichtkenner der Vorlage wäre es für mich vielleicht eine andere Struktur, hätte für mich vielleicht viel, viel, also noch besser funktioniert. So hat's auch funktioniert und ich war auch traurig am Schluss und ich dachte, das ist, das ist der Abschluss jetzt, oder das ist das letzte Kapitel für diese, für diese Staffel und ja, jetzt kann man nur hoffen, dass es weitergeht, weil so möchte ich jetzt auch nicht mehr da sitzen. Also jetzt will ich, jetzt will ich mehr. Wobei, Sven, ich muss da bei einem auch so ein bisschen gegenhalten, weil du ja meintest, also ich verstehe das hier von wegen, dass dem Ganzen gewaltig an Fallhöhe genommen wird, von wegen, ja, die kommen ja erst in 400 Jahren. Auf der anderen Seite, die Serie greift das ja auch durchaus auf, ne, in ihren Charakteren, ist ja nicht so, als ob die das einem jetzt irgendwie als tot ernst verkaufen will, sondern es wird ja auch kommentiert von den Figuren, von wegen. Ja, natürlich, ja, hab ich ja gesagt mit Saul. Genau, genau. Aber. Immer wieder auch. Ja, was jetzt halt noch viel krasser wäre, ist, wenn, sagen wir mal, es gibt eine zweite Staffel, sie drehen sie und dann in der zweiten Staffel sagen sie in der Mitte, ach, übrigens, wir sind schon längst da. Ja gut, wir haben ja unser Sofon schon längst da, ne? Ja, aber so einfach auch diesen Technik-Aspekt, also der Mordanschlag auf Saul mit dem selbst fahrenden Auto, das ist zum Beispiel ein Aspekt gewesen, wo ich dachte, eh, natürlich, klar, das ist eigentlich, wenn die die Technik für sowas haben, wäre das doch viel krasser, das da durchzuziehen, aber nein, sie geben es halt diesen poplischen Kultisten an die Hand und sagen, hier, beseitigt den und beseitigt den und ich meine, klar, natürlich sagt das auch und das fand ich auch eine geile Szene noch, wo sie im Krankenhaus sitzen, nachdem er angeschossen wurde und der Typ meint, ja, es tut ihm, es tut ihm halt leid und dann sagt er Saul, ja, ist okay, ja, es tut mir leid, dass ich den nicht in den Kopf geschossen habe. Stimmt, das war ein Horror gewesen. Aber es ist so krass und ich finde, da siehst du aber auch wirklich Gehirnwäsche, ich finde, du siehst zum Beispiel auch, was ist das Ergebnis von diesen Kindern, die in diesem Kult aufgewachsen sind, das Ergebnis ist diese junge Frau, die wir ja sehen, die einfach ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwelche Gefühlsregungen oder so, die Leute einfach umbringt und auch ihre Mentoren im Grunde umbringt, weil für das größere Ganze das eben richtig ist und dann dachte ich, wow, ja, und also das fand ich, das fand ich gut, dass da auch nicht irgendwie, dass das so ohne Kompromiss durchgezogen wurde, das fand ich super, wobei, was ich verstehen kann, ist natürlich so diese klassische Frage, ja, wenn die uns soweit überlegen sind und technisch und überhaupt und sogar sowas wie unsere Wahrnehmung des Universums und sowas steuern können, es gibt ja auch diese Szene, hat dir schon mal das Universum zugezwinkert, so, ja, wenn das machbar ist alles, warum, also brauchen sie überhaupt noch die Kultisten, weißt du, was ich meine, also kommen sie doch einfach und löschen uns aus, aber was ich halt cool finde ist, dass da der Gedanke dahinter steckt, dass in 400 Jahren die Menschheit so weit ist, technisch, dass sie eben auf gleicher Höhe ist wie die Aliens aktuell und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als jetzt schon Sand ins Getriebe zu streuen, damit eben diese eigentliche Entwicklung, die sie vorhersagen für die Menschheit, nicht so stattfinden kann, dass also zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aliens in 400 Jahren auf die Erde kommen, die Menschheit eben technisch nicht so weit ist, dass sie sich verteidigen kann und um das zu verhindern, streuen sie jetzt schon Sand ins Getriebe. Wobei ich mir dann da auch die Frage gestellt habe, wenn sie die Möglichkeit haben, jemanden irgendwie von einem autonomen Auto überfahren zu lassen, warum machen sie sich dann eigentlich bei den ganzen Wissenschaftlern die Mühe mit diesen Countdowns auf der Netzhaut? Ich meine, natürlich ist das auch eine Machtdemonstration, aber die könnten ja theoretisch auch dafür sorgen, dass die irgendwie Laborunfälle haben und dann einfach so um, also weil selbst Morde erregen ja auch Aufsehen, ne? Also das mit dem Countdown haben sie, das hat mir gefallen, das fand ich richtig cool. Wobei das am Anfang ein bisschen billig wirkte, muss ich zugeben. Ja, schon, aber ich fand das, das ist halt auch wieder so ein, also für mich zumindest so ein Spannungsmoment gewesen, wo ich gedacht habe, okay, der Countdown geht runter, krass, was passiert jetzt? Und dann schaltet sie die Nanotechnologie aus und als sie dann später sagen, oder also wenn sie hingeht und sagt, fahr's wieder hoch, sie fährt's hoch und es ist kein Countdown mehr da, da dachte ich, okay, jetzt wird's krass. Wobei ich bei den Trisolariern auch interessant finde, dass die ja auch stets was Selbstzerstörerisches haben. Also die kommen ja an und meinen ja schon, ja, wenn wir bei euch ankommen, dann, also das ist, das sagt ja diese eine Katana-Tante, nenne ich sie jetzt einfach mal, von wegen, wenn wir bei euch ankommen, dann ist das praktisch unser Trauerzug. Also eigentlich wollen die mit in ihren Tod reißen, sozusagen, ne? Die Trisolarier, die sind ja selber irgendwie am Ende ihrer Existenz, die können ja in ihrem System nicht existieren und die Reise, die Reise zur Menschheit wird sie ja eigentlich an den Rand ihrer Kapazitäten führen. Also sie sagt es ja an einer Stelle, oder wir sind, wir sind gar nicht mehr zu retten. Also da ist ja, da findet ja durchaus auch eine Spiegelung bei der Zivilisation statt. Und ich muss, ich muss ja sagen, ich hab ja die Theorie, äh, und da kommen wir gleich nochmal vielleicht zu diesem, diesem Wall-Facer-Programm, was ich irgendwie verdammt seltsam finde. Das Prinzip dahinter finde ich auch spannend, aber zum einen wird mir nicht so wirklich erklärt, wie das jetzt eigentlich funktionieren soll. Und zum anderen, wenn man das doch geheim halten will, warum hält man dann eine Sitzung der Vereinten Nationen ab, wo man vor aller Leute diese Leute nennt. Aber man hätte es ja zum Beispiel auch so machen können, äh, von wegen, wir teilen jetzt hier irgendwie 3000 Lose aus und drei davon, drei davon sind es und halten es dann aber möglichst geheim. Also, ernsthaft, ich meine, damit fordert man es doch förmlich raus, dass die, ich meine, das wäre ja in etwa genauso als, äh, weiß ich, als hätten sie das schon vorher gemacht. Ich, ich meine, die haben Wissenschaftler weltweit in den Selbstmord getrieben, dann werden die das auch dahin kriegen, aber da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob die, ich glaube, die haben auch gar nicht das Wissen darum, äh, bei den Vereinten Nationen gehabt, oder? Dass die, also mit, mit diesen Netzhaut, äh, Coutdowns, das hatten die, glaube ich, nicht, ne? Das könnte auch eine falsche Finte sein. Also eine falsche Finte, eine falsche Fährte, dass man sagt, dass man sagt, okay, gut, wir lenken jetzt den Fokus auf drei, anstatt auf alle und ich fand's ganz geil, weil nämlich Sol ja die ganze Zeit, nein, ich will das nicht, ich will das nicht und die, ja, natürlich willst du das nicht, das kann ich auch voll und ganz verstehen und... Aber du machst es trotzdem, ja. Aber, ne, aber ich fand's auch, bei ihr hab ich dann immer gedacht, ja, natürlich, der sagt es jetzt, dass die Santee hören, er will's nicht, er will's nicht, er will's nicht und eigentlich macht das ja doch und er will's wirklich nicht und hat er überhaupt keinen Bock drauf und versucht sich da immer wieder rauszuziehen und sie sagen, ja, ja, nee, ist klar, ist voll verständlich, aber du wirst trotzdem voll bewacht. Ja, die drängen ihn da rein, ne? Ja, ja, nee, nein, aber ich, also sie, ich, also ich denke, dass, äh, CCH Powder, das war sie, ne? Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ja? Egal, jedenfalls, ich glaub schon, jedenfalls sie, ähm, nee, also sie versucht, also sie nimmt es ja an, dass er das so sagt, dass die Santee hören sollen, er macht's net, aber er macht's, äh, also im Innersten sagt er, natürlich mach ich's und das fand ich, das fand ich richtig, das fand ich richtig gut gemacht. Ich kann mir's zwar auch nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, weil irgendwann muss er seinen Plan ja weitergeben und das musst du ja kommunikativ machen oder, oder schriftlich. Ja. Weil Gedankenübertragung gibt's noch nicht, soweit werden sie wahrscheinlich auch in 400 Jahren vielleicht nicht sein, ich weiß es nicht, aber wenn's einer machen kann, aber wenn's, aber wenn's einer hinkriegt, nur einer sich gegen ne Raumflotte zu wehren oder die Erde vor einer Raumflotte zu beschützen. Ja, irgendwie möchte ich's ja doch weitersehen. Mir scheint auch immer mehr, äh, die, die Prämisse ist gar nicht mal, Aliens kommen auf unsere Erde, sondern eher, wie bereiten wir uns darauf vor, wenn wir wissen, dass sie kommen? Und wie sich, wie sich die Gesellschaft dadurch entwickelt? Boah, ich seh's gar nicht so philosophisch, ich hab eher so diesen, diesen Alien Invasion. Ja, aber das wird noch ewig dauern, glaub ich. Ja, ich, das ist, ich weiß halt nicht, ich fänd's halt spannender, wenn sie jetzt kommen, wo die Möglichkeiten noch nicht so groß sind, sich zu wehren, als dass man dann sagt, okay gut, keine Ahnung, die dritte Staffel ist dann, ist dann in 400 Jahren und dann können wir mit, deswegen geht mir zum Beispiel, einfach, ich weiß, es ist ein blöder Vergleich, aber deswegen find ich Independence Day 2 auch scheiße. Ja, der ist auch kacke. Ja, ich weiß, der ist auch kacke, aber, weißt du, wenn sie's, wenn du einfach so der, der Underdog, der Unterlegene bist und du musst dir ein bisschen was einfallen lassen, ist das viel geiler, als wenn sie sagen, ja, wir haben jetzt hier mit unserer Alien-Technologie wissen, voll Hype. Oh, ne, gut, das will ich nicht sehen. Ja, der ist einfach kacke. Der, der hat wirklich kein Mensch, kein Mensch gebraucht. Und Moonfall ist auch übelst scheiße. Ja. Und das sag ich, der wirklich viel kacke guckt. Der hat mich echt entsetzt. Und ich bin, ich mag Emmerich, ich find, der macht tolles Popcorn-Kino. Ja, aber er macht halt auch immer gefühlt das Gleiche. Ja, natürlich, aber da weißt du einfach, ich hab gedacht, geil, Moonfall, da gibt's, da sterben alle auf dem Planeten Erde, weil der komplette Mond reinfliegt. Ja, ja, ja. Nur Zerstörung. Und dann wachen sie nichts raus. Und dann hockst du da und denkst, ey, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn das für ein Rotz? Da stimmt ja überhaupt nichts. Die Story macht nicht mal für mich Sinn. Was ich mich nur so ein bisschen, äh, also ich, ich hab, ich hab ne Theorie, wie das Ganze zu Ende gehen könnte. Und die hau ich jetzt einfach mal hier raus, weil wir haben ja dieses, dieses allsehende Auge. Und ich könnte mir vorstellen, weil der Spin dahinter ist ja, dass letzten Endes die Aliens die Menschheit nicht verstehen. Also warum ist die Menschheit so? Warum ist die Menschheit falsch? Warum lügt sie? Warum betrügt sie? Warum täuscht sie? Und, äh, ich könnte mir vorstellen, dass in diesen 400 Jahren, dass sie über dieses Sophon, weil, also je länger dieses Sophon aktiv ist, desto mehr lernen ja die Aliens über die Menschheit. Und das wollen sie damit ja letzten Endes auch. Sie wollen die damit einschüchtern, aber sie lernen ja letzten Endes auch was über ihren Feind. Und das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Ich mein, die wollen ja auch, äh, Liam Cunningham will ja auch was über die lernen. Und, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das so das Ende ist, dass die, dass die Aliens irgendwann begreifen, wie die Menschheit funktioniert, indem sie die jahrelang beobachtet haben. Vielleicht verstehen sie dann irgendwann, ja, dass das nicht, dass das nicht so einfach ist, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, äh, oder dass der Mensch halt komplex ist. Weil, also wenn du es runterbrichst, dann ist das ja eigentlich ein ganz klassisches Science-Fiction-Thema, nämlich was macht den Menschen aus? Das steckt hier doch eigentlich im, im Kern aus meiner Sicht. Und, das müssen diese Aliens eigentlich verstehen. Ich, ich muss sagen, ich fände es ja sowas spannend, wenn man die ganze Geschichte aus der Sicht der Aliens eigentlich erzählen würde. Weil ich möchte nicht wissen, wie die Menschheit aus der Sicht der Aliens wirkt. Das, das, das mag man sich nicht vorstellen, glaube ich. Aber, äh, ich möchte, also insgesamt möchte ich schon, dass es, dass es weitergeht. Ich hoffe aber, dass sie in Staffel 2, ach, mal echt ein bisschen, ein bisschen in die, in die, in die Gänge kommen. Also sie haben ja, ich hatte ja schon gelesen, sie haben diesen ganzen Plot, dass sie das Hirn von dem Typen da in, in die Hemisphäre schießen. Äh, das ist ja schon eigentlich auch, glaube ich, aus dem zweiten Band. Das haben sie vorgezogen, ne? Ja, ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende. Wenn ihr, Sven, hast du noch irgendwas oder machen wir den Deckel drauf? Nö, nö, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Ja, äh, man merkt vielleicht jetzt, dass wir uns jetzt hier im Verlauf auch ein bisschen von den Spoiler-Fesseln befreien konnten. Weil am Anfang war es, glaube ich, echt ein bisschen schwierig, hier überhaupt wirklich den Fokus zu finden. Weil es halt wirklich, eigentlich ist es wirklich eine gigantische Story, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Ja, ich bin gespannt, ob, äh, ich meine, man kennt es ja, dass Netflix auch gerne mal irgendwie Sachen, äh, nach der ersten Staffel schon abaxt. Und, äh, die hier ist ja wirklich scheiße teuer gewesen. Und natürlich dann auch so mit dem Spin, ja, das ist die neue Serie der Game of Thrones-Macher. Ich, ich bin gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Äh, zweite Staffel würde ich mir schon ansehen. Ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also Potenzial hat das Ganze auch. Ich muss sagen, das ist auch, also, äh, eins, eins kann man wirklich nicht bestreiten. Es sind zwar viele klassische Elemente der Science-Fiction, aber doch mit einem sehr eigenen Spin dabei. Weil, äh, also mein Eindruck ist halt, dass es gar nicht mal so sehr darum geht, dass die Aliens die, die, die Invasion starten, sondern wie, wie verhält sich die Menschheit, wenn sie weiß, dass das kommt, ne? Und letzten Endes ist das ja eigentlich auch, weiß ich nicht, da kannst du ja theoretisch auch Bezüge zum, zum Klimawandel und so herstellen, ne? Da hast du ja letzten Endes auch eine gewisse dystopische Aussicht, äh, mittlerweile leider. Aber gut, äh, ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich da draußen fürs Zuhören. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr, äh, die Serie übers Wochenende weggebinged habt. Äh, was ihr so für Eindruck gehabt, ob ihr die Buchvorlage kennt. Und lasst uns das gerne wissen auf tele-stammtisch.de gerne auch. Schaut da gerne mal vorbei. Und, ja, ich würde sagen, damit klinken wir uns aus. Ja, und hat jemand noch einen? Britt-Marie, ich, ich glaube, ich lasse dir als, äh, Buchkennerin das letzte Wort. Ich sag schon mal ciao, lasst euch drauf ein. Ihr werdet nicht enttäuscht. Habt euch einen Spaß. Tschüss, tschüss. Sven hat es sehr schön gesagt, so würde ich es auch zusammenfassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir es endlich adoptiert bekommen haben. Und es lohnt sich. Und wie gesagt, es lohnt sich definitiv auch, die Bücher durchzulesen und das Hörspiel anzuhören und, oder, oder. Viel Spaß. Und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Danke. 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 Danke.